Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 462 und der ersten Folge im Jahre 2022. Mein Name ist René, außerdem heute Mitarbeiter Marvin. Hallo. Die Patricia. Hallo. Und der Dennis, der im alten Jahr noch die Jukis. Ja, servus, hallo, ja. Er ist ein Namechanger jetzt, ja. Er ist kein Gamechanger, er ist ein Namechanger. Ja, 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 ja. Ja, ja. Spannende Dinge. Denkt ja schon gut an. Spannende Dinge, die hier passieren. Ja, ja, ja. Mal sehen, was uns heute sonst noch alles einfällt. Ja, wir wollen mal wieder ein bisschen über Fußball reden. Die Bundesliga hat ja am Wochenende auch schon wieder angefangen. Bevor wir soweit kommen, aber natürlich ein bisschen Housekeeping, wie es sich mittlerweile traditionell gehört. Wir möchten nochmal Danke sagen für all die Unterstützung im Jahre 2021 und natürlich an dieser Stelle auch nochmal zum Jahresbeginn aufrufen, uns, wenn möglich, wenn ihr wollt, zu unterstützen. Wir sind nahezu komplett von unseren Hörerinnen und Hörern finanziert. Ihr findet alle Infos dazu auf eintracht-podcast.de. Und ja, es trägt dazu bei, dass wir uns hier mit Technik ausstatten können, dass wir die ganze Infrastruktur bezahlen können und vielleicht sogar ein- oder zweimal im Jahr ein bisschen was für uns tatsächlich auch hängen bleibt. Von daher freuen wir uns über jeden, der uns hier unterstützt und freuen uns auch über jeden, der vielleicht im Laufe des Jahres noch dazukommt. So, und jetzt lasst uns über Fußball reden. Am Wochenende war ja die doch recht kurze Winterpause wieder vorbei und die Eintracht durfte direkt ran gegen Dortmund. Am Samstagabend 18.30 Uhr das Spitzenspiel und anfangs sah es so aus, als wenn da für die Eintracht nicht viel ging und dann drehte es sich schlagartig nach diesem wunderbaren Freistoß von Kostic. Und dann dachtest du eigentlich, hach, hier passiert heute nichts für den BVB, das Ding fahren wir locker nach Hause und nach ein paar 90 Minuten später stand es dann doch leider 3-2 für Dortmund. Und ja, am Ende große Diskussionen, ob diese Niederlage jetzt irgendwie total weltzerreißend ist oder ob das Walzer gegen Dortmund ist, okay geht in Anführungszeichen. Was ist denn eure Meinung dazu? Geht es okay oder war das die schlimmste Niederlage ever, so wie sie es gefühlt teilweise gelesen hat, Dennis? Oh, okay, schlimmste Niederlage überhaupt. Nein, Quatsch, das auf keinen Fall, aber es war schon bitter. Und ich verstehe auch gar nicht so ganz, warum die Leute jetzt das so hochhängen, weil das, muss ich sagen, finde ich ein bisschen übertrieben, hier von Weltuntergangsstimmung wieder zu sprechen. Immerhin, es ist und bleibt Dortmund, die Qualität war da, da haben wir leider an der einen oder anderen Stelle etwas zu viel Platz dann gelassen. Sicherlich kann man auch über das Thema Wechsel nochmal sprechen, sicherlich kann man auch nochmal über das Thema Einstellung. Am Ende war einfach die Situation und wer daran schuld ist, kann ich dir gar nicht sagen, zu defensiv, keine Entlastungsangriffe mehr. Dortmund hat seine Qualitäten zwei-, dreimal ausgespielt. Und dann geht es halt am Ende drei, zwei aus, super bitter, aber von der schlimmsten Niederlage überhaupt. Ich muss sagen, man hat in vielen Stellen, Boré, wie gesagt, hat auch den Torriecher gezeigt wieder. Also es lässt für mich an vielen Stellen sehr viel Hoffnung da. Natürlich ist es traurig und bitter, dass du das nicht ausnutzt, dass Dortmund dich so lange mit 2-0 führen lässt. Du hast verpasst sozusagen das 3-0 zu machen, waren ja ein paar, ich sag mal Situationen, Pfostentreffer und so weiter noch dabei, wo du einfach deinen Sack hättest schon zumachen können. Dadurch schon bitter, auf der anderen Seite aber kein Weltuntergang und ja, jetzt hoffen wir mal, du musst halt. Das Problem an der Sache ist eigentlich, ich will jetzt einen Dreier unbedingt gegen Augsburg sehen und den müssen wir auch eigentlich machen, damit du eben dieses Spiel jetzt, wird jetzt immer wieder von Spiel zu Spiel, wenn du, musst eben die Punkte ausbeuten, muss am Ende eben entsprechend sein, wenn du oben mitspielen willst und dementsprechend müssen wir eben jetzt gegen Augsburg dreifach punkten. Das ist dann halt so. Aber wie seht ihr das denn? Ist das für euch jetzt eine Weltuntergangsniederlage gewesen? Marvin. Ja, also ich war erstmal sehr überrascht, lieber René, dass du eigentlich gesagt hast, dass du nach dem 2-0 total relaxed warst. Also bei mir ist da ein relaxender Moment erst so frühestens drin, nach so einem 4-0 oder so. Und das passiert bei der Eintracht häufig, nicht so häufig, sondern eher doch eher selten. Und für mich ist es tatsächlich so, klar, Dortmund ist immer gefährlich. Natürlich war es aber schon so, dass wir sie über, man kann sagen, 45 Minuten, ersten 10 Minuten, ging so ein bisschen an den BVB, hatte ich das Gefühl. Danach war es schon so, wunderbare Parade von Trapp, danach war es schon so, dass wir uns besser reingekämpft haben und natürlich die Tore gemacht haben. Das erste Tor so ein bisschen aus dem Nichts, Boré, Kostic auf Boré, dann zweites Tor, Boré 10 Minuten später. Und da haben wir natürlich schon gedacht, dass es in die richtige Richtung geht. Aber sicher war ich nicht, weil wir wissen um die Stärken des BVB, eine abschließende Bewertung könnte ich dann gleich vornehmen. Aber ich muss sagen, wenn wir erstmal bei diesen Minuten bleiben, da habe ich mich natürlich zwar ein bisschen sicherer gefühlt, aber Patricia, wir wissen immer, die Dortmunder, die können halt zurückkommen. Ja, ich war auch überhaupt gar nicht entspannt, ehrlich gesagt. Also klar, das war schon ein gutes Gefühl. Du gehst in Führung, du legst sogar noch das Zweite nach, das ist schon mal schön. Aber du weißt auch, was du da für einen Gegner stehen hast, was die für einen Sturm haben. Auch insbesondere mit Haaland, der das auch im Alleingang regeln kann, wenn er will. Entspannt war ich nicht, sagen wir mal so. Aber klar hat man sich dann irgendwie schon, man hat dann so ein bisschen angefangen zu überlegen, ach was, hätte ich jetzt vielleicht nach den ersten zehn Minuten gar nicht gedacht, dass es in die Richtung geht. Und was, wenn man vielleicht doch jetzt irgendwie drei Punkte gegen den BVB holt. Das wäre ja super, weil das sind immer Punkte, die man ja nicht fest einplant. Ja, ist am Ende nicht so gekommen. Aber klar, also mich hat es schon alleine überrascht, dass das überhaupt so möglich war. Weil nach den ersten zehn Minuten, muss ich sagen, ich hatte schon ein bisschen Bammel. Vor allem hatte ich so Flashbacks in die Hinrunde. Und dachte mir so, ja, es könnte genau so nochmal, also man könnte schon auch überrollt werden jetzt. Weil, ja, wir hatten es ja schon, Trapp direkt in der Parade, relativ gegen Anfang der Partie. Da hätte man schon in Rückstand geraten können. Und ich weiß nicht, wie es dann ausgegangen wäre. Und letztendlich hat sich die Eintracht ja mit dem Tor so ins Spiel gefuchst. Das war nach einem Standard, das 1-0. Und danach lief es wirklich gut. Also ich finde, Dortmund hat nicht mehr ins Spiel gefunden. War vielleicht auch so ein bisschen schockiert, dass da eben das Tor so aus dem Nichts gefallen ist. Und die Eintracht hat es schon sehr, sehr gut gemacht in der ersten Halbzeit. Also es hat mir richtig gut gefallen. Ja, konnte man dann leider in der zweiten Halbzeit aus mehreren Gründen, die wir jetzt wahrscheinlich erörtern werden, nicht mehr fortsetzen. Aber das ist doch genau der Punkt. Ich meine, wir haben eine super erste Halbzeiterfahrung von der Eintracht gesehen, wo vieles gestimmt hat. Wo ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen will, wie auch nicht selbstverständlich das alles immer ist. Ich meine, du kommst aus der Winterpause, du hast eben angesprochen, auch Dennis und auch René. Okay, die war sehr kurz. Die war irgendwie, ja, viel zu kurz, könnte man fast meinen. Und dann bist du wieder da und musst auch ein bisschen umstellen. Plötzlich ist Rustic dann im defensiven Mittelfeld dort. Rode kann zum Glück spielen, aber natürlich auch nicht durchspielen. Aber dann war das eine sehr gute Leistung in der ersten Halbzeit. Aber irgendwie ist es dann doch so gewesen, dass die Eintracht die Dortmunder zu viel eingeladen hat, im eigenen Strafraum, also bei uns im Strafraum, präsent zu sein. Und dann ist es natürlich leider so, dass du eigentlich darauf warten kannst, bis irgendwann ein Anschlusstreffer passiert. Und dann ist der sogar noch relativ spät passiert, in der 71. Das hätte auch früher schon sein können. Ja, aber dann hast du gemerkt, dass die Eintracht auch mit den Wechseln sich zu sehr auf ein Defensivspiel konzentriert hat und nicht mehr versucht hat, eigene Akzente zu setzen. Und ich glaube, René, siehst du wahrscheinlich ähnlich. Das war so ein bisschen Kern des Problems, oder? Ja, das sind auch so Punkte, die ich nicht ganz verstehe, bevor wir gleich zu den Wechseln kommen, weil du es gerade eben angesprochen hast, unklare Situation am Anfang. Wir hatten natürlich auch, und das hat ja Leon auch gerade im Chat noch geschrieben, die Schwierigkeit, dass man wahrscheinlich auch bis zum Morgen des Spiels oder zum Vormittags des Spiels auch gar nicht wusste, wer tatsächlich jetzt in so einer Startelf aufläuft. Weil da ja auch im Grunde oder durch die ganzen Corona-Thematiken und positiven und nicht positiven Tests und so weiter dann auch unklar war, wer am Ende dann spielen kann und wer nicht. Aber klar, mit den Wechseln. Und das ist so der ganz große Punkt, den ich nicht verstehe. Also es war abzusehen eigentlich, dass Rode nicht über die volle Zeit gehen kann. Ja. Ja, Lindström war auch irgendwie so ein Stück weit zu erwarten, dass der vermutlich nach seiner Corona-Erkrankung noch nicht ganz fit ist, um da wieder zu spielen. Dann habe ich aber immer noch die Aussage von Klaasner im Kopf von, ich weiß gar nicht, ob es Anfang der Saison war oder sogar noch kurz davor, wo er mal in einem Interview gesagt hat, dass er eigentlich ungern dann so sehr auf die Defensive setzt, sondern eigentlich dann eher, wenn er solche Situationen hat, offensiv wechselt, um Entlastung zu schaffen. Und genau das haben wir mit den Wechseln halt nicht geschafft. Wir haben uns komplett der Offensive beraubt und sind einfach komplett in diese Defensive gegangen. Und wenn du, wie du schon gesagt hast, Dortmund dann da einlädst, du hast ja gemerkt, die sind auch durchaus verunsichert. Wenn du die früh anläufst, wenn du da Druck machst, dann machen die Fehler, dann sind Räume da. Aber du hattest halt null Entlastung in Richtung Offensive und hast dich quasi hinten reingestellt mit dem Wissen so, okay, die schießen jetzt einfach 15 Minuten auf unser Tor und wir müssen das jetzt irgendwie durchstehen. Und ich glaube, das ist keine Taktik, die gut aufgehen kann gegen eine Mannschaft wie Dortmund, wo du einen Haaland, einen Reus, einen Brandt, einen Hazard, einen Bellingham da hast. Das halte ich für die absolut falsche Taktik und das muss sich der Trainer dann da auch am meisten ankreiden, finde ich. Hat er ja auch dann zum Glück selbstreflexiv getan. Das muss man auch mal so sagen. Also, dass er mit seiner deutlichen Kommunikation auch schon weiß, dass das nicht hundertprozentig gut war. Es ist klar, du hast eben angesprochen, Jakic, gut, dass wir jemanden wie ihn überhaupt dann auf der Bank haben, dass er dann reinkommen kann und ist schon wieder präsent. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man einen Wechselrode raus, Jakic rein überhaupt machen kann. Aber es war halt so, die Gesamtkonstruktion dieser Aufstellung hat dann nicht mehr funktioniert. Klar, wurde viel in der letzten Zeit über Lammers gesprochen, der wird dann eingewechselt, hat dann auch das Pech, dass er dann auch nicht mehr so präsent zum Vorschein kommt. Vielleicht wäre da jemand anderes, vielleicht auch ein Ache mit seiner Schnelligkeit sinnvoll gewesen, hätte man eventuell auch Ilsanca bringen können. Aber ich würde auch mal fragen, Patricia, wie siehst du die Thematik mit Hasebe? Denn am Ende ist es so, natürlich ist er reingekommen, als es dann die absolute Druckphase war und wir kurz vorm 2-2 standen. Aber ich muss halt sagen, auch Hasebe hat es nicht mehr geschafft, die letzten 15 Minuten da Ruhe reinzubringen, oder? Nee, ich glaube, das war vielleicht so der Plan von wegen, Hasebe ist immer jemand, der irgendwie nochmal für Ruhe mit seiner Erfahrung sorgen kann und das Team ja auch kennt und hat aber irgendwie nicht wirklich geklappt. Ich weiß auch nicht, ich habe auch das Gefühl, das klappt als Starter bei ihm besser, als wenn er eingewechselt wird, dieses Ruhebefinden in die Mannschaft bringen. Ich fand das insgesamt, ich hatte mich sogar gewundert, dass das dann auch für Kamada war, der Wechsel, also dass dann Lindström und Kamada beide draußen waren, weil das für mich so ein bisschen dieser, ja, also dieses Zeichen war, okay, wir machen nach vorne wirklich gar nichts mehr, außer vielleicht mal einen langen Ball, weil wir haben ja Lamas vorne drin, vielleicht kann der irgendwie einen festmachen. Oder Kostic macht man solo über links und das war halt wirklich alles. Man hatte noch Boré, aber Boré ist sowieso schon das ganze Spiel über gefordert gewesen und wahrscheinlich auch nicht mehr bei 100 Prozent. Und in dem Moment, also es hat mich schon stark gewundert, dass nicht irgendwie vielleicht für Rustic oder so war der Wechsel. Ja, und ich glaube, das hat auch, also was mir so ein bisschen gefehlt hat, einfach, dass man überhaupt gar keine offensive Komponente mehr im Mittelfeld hatte, also überhaupt keinen kreativen Mann mehr. Klar, Hassebe kann zum Beispiel Spieleröffnung, aber wohin soll er das Spiel eröffnen? Da ist ja niemand, der irgendwie vorne die Bälle so wirklich noch verwerten kann und auch die Stürmer muss ich da ein bisschen, ja, nicht in Schutz nehmen, aber Boré und Lamas hängen dann halt auch wirklich in der Luft, wenn da überhaupt kein Bindeglied mehr ist. Nicht mal ein Sow, der ja gar nicht dabei war, der vielleicht so ein, ja, zwar defensiverer Mittelfeldspieler ist, aber auch nach vorne irgendwie seine Qualitäten hat. Da war ja wirklich gar nichts mehr. Das war wie so ein Loch zwischen defensiven Mittelfeld und Sturm. Und dass da nichts mehr offensiv kommt, war dann irgendwie schon ein bisschen abzusehen. Und klar, ist halt schwer jetzt irgendwie Vorwürfe zu machen bei den Wechseln. Man hatte ja auch nicht die vollen Optionen. Also was soll man machen, vor allem, wenn die Spieler eben bei Rode oder auch Lindström, die dann fertig sind, die dann raus müssen. Klar, man konnte nicht aus dem Vollen schöpfen, aber ja, insgesamt war das wahrscheinlich dann doch zu defensiv gedacht, weil vor allem, wenn du halt 2-0 geführt hast, Dortmund muss halt aufmachen. Und da hast du ja eigentlich als gegnerisches Team immer noch die Chance, du musst ja gar nicht mehr so offensiv spielen, aber du kannst ja die Lücken ausnutzen. Oder irgendwie, wenn Dortmund alles nach vorne wirft, kannst du immer noch mal irgendwie so Nadelstiche setzen und die Dortmunder verunsichern. Oder vielleicht sogar noch das 3-0, 3-1, was auch immer machen. Und dafür war man ja dann letztendlich gar nicht mehr ausgerichtet, mannschaftlich. Also es war eigentlich alles drauf ausgerichtet, wir bringen das über die Zeit. Und das hat eben leider nicht so funktioniert, auch weil der Druck halt immer größer wurde. Also Dortmund hat das ja schon, man hat ja schon gemerkt, die wissen, um was es geht. Und die wissen aber auch um ihre Qualitäten. Und man wurde da ja schon ziemlich krass hinten reingedrängt letztendlich. Ja, und das war es halt. Also dass du überhaupt keine Entlastungsangriffe mehr gefahren hast, dass du es auch nicht mehr geschafft hast. Ja, also überhaupt mal eine Chance zu kreieren am Ende, war das halt alles zu wenig. Dennis, wie hast du das gesehen? Ich glaube, du hast die Partie ja auch irgendwie am Fernseher verfolgt. Genau. Denkst du, dass da ein anderer Wechsel irgendwie sinnvoll gewesen wäre? Hätte man lieber Ache bringen sollen? Also im Nachhinein auf jeden Fall hätte man sicherlich jemand anders bringen müssen, weil Lammers wirklich von ja komplett abgeschnitten war. Patrizia, du hast das sehr schön gesagt. Es waren keine Bindeglieder mehr da. Die Ketten waren viel zu weit auseinander. Das wirkte dann alles sehr nach Fremdkörper vorne. Das ist natürlich dann schwierig. Und so, ihr habt es richtig gesagt, keine Entlastungsangriffe mehr. Dortmund hat eigentlich den Ball immer wieder sofort gewonnen. Wieder die nächste Welle. Da hättest du den besten Mann da reinstellen können, hinten in die Defensive noch mit dazu. Ich glaube, das war dann kaum noch aufzuhalten. Dafür ist die Qualität, wie ihr sagt, von Dortmund auch zu groß. Ein Wechsel vorne. Ich muss tatsächlich mit Kamada, dieser Hasebe-Kamada-Wechsel ist für mich eher auch die Überraschung gewesen, weil Kamada eben doch jemand ist, der vielleicht über seine Technik und so weiter dann noch was machen kann. Rustic kam nicht so richtig in diese Position rein. Er ist ja auch jemand, der ein feines Füßchen hat, mal für einen Schuss aus der zweiten Reihe. Das hat alles nicht so funktioniert, wie sich sicherlich der Trainer das dann auch gedacht hatte. Langholz, wirklich viel davon habe ich auch nicht gesehen. Dass ich jetzt sage, Patrizia, du hast es glaube ich auch angesprochen gehabt, dass man vielleicht mit langen Bällen gearbeitet hat. Habe ich jetzt auch, zumindest in meiner Wahrnehmung, habe ich davon gar nichts mitbekommen. Patrizia kam dann sehr, sehr spät. Ich glaube für Rustic. 92 zu 93 Minuten, irgendwie sowas. Also da war das Ding eigentlich auch gegessen. Das sind leider, ja, ob es was gebracht hätte, das vorher zu machen. Ich kann es dir nicht sagen, Marvin. Ich muss sagen, die Gesamtsituation. Ich glaube, ob da Lammers gespielt hätte oder Ache oder wer auch immer. Es hätte einfach diese Lücken zwischen den Reihen, waren einfach schon viel zu groß. Die Stürmer waren abgeschaltet und wir hätten ja im Endeffekt, wenn Ache mehr nach hinten gearbeitet hätte, hätte das vielleicht mehr gebracht und Kamada vielleicht noch ein paar Minuten länger drin geblieben wäre. Da hätten wir vielleicht noch was reißen können. So war es definitiv eine falsche Entscheidung, aber strukturell auch. Also die ganze Mannschaft hat dann einfach nicht mehr funktioniert und der ganze Wagen ist nur noch Dortmund, 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 Dortmund und die Eintracht kam ja gar nicht mehr nach vorne. in auch keiner einzigen Chance zustande. Schwierig. Schwierige Sache ist es natürlich dann auch insofern problematisch, weil du halt merkst, dass der BVB, auch wenn die die ganze Zeit unzufrieden waren, das hast du gemerkt, auch selbst nach dem Spiel, überhaupt nicht zufrieden mit sich gewesen. Aber es war halt dann doch so, dass sie halt diese individuelle Qualität haben und dass sie dann nicht nur das Unentschieden, sondern auch noch den Sieg rausholen, ist halt trotzdem sauergerlich. Und irgendwann hat man das Gefühl, dass man auch sagt, naja, jetzt mal ehrlich, wäre das Stadion da voll gewesen, wären da Fans gewesen, dann wäre das vielleicht noch mal ein bisschen auch emotional anders. Ich meine, stell dir mal vor, nach dem 2-1, Patricia, stell dir mal vor, da wären doch die Ränge wach gewesen, oder? Ja, ich glaube, das hat sogar Rode oder so auch danach im Interview gesagt, dass er denkt, mit Fans hätte man das sogar gewonnen oder ich glaube, gewonnen, hat er gesagt, ich glaube auch, das wäre ein ganz anderes Thema gewesen. Also ich glaube nicht, dass, vielleicht wären die Wechsel genauso passiert, aber irgendwie wäre ein anderer Spirit vielleicht da gewesen. So dieses, es ist ja immer alles dramatischer mit Fans im Stadion und was da so von den Rängen auf den Platz übertragen wird. Irgendwie, ich glaube, die Spieler greifen dann auch noch mal anders, wie wichtig das gerade ist. Das ist nicht einfach nur irgendein Nachmittagskick mit schlechtem Wetter und es ist kalt und klar, es ist ein guter Gegner, aber wir haben jetzt 2-0 geführt und jetzt haben wir einen Anschlusstreffer kassiert. Das ist so ein, ich glaube, das fühlt sich anders an als Spieler. Du weißt, es geht um was und dir wird es auch noch mal richtig deutlich gemacht von den Rängen. Und du weißt, das ganze Stadion steht hinter dir und du musst halt fighten. Und ich glaube, dieser Fighting Spirit wird dann komplett anders aktiviert, als wenn da eben keine Impulse mehr von außen kommen. Und das ist halt schon schade, dass das nicht geht. Also ja klar, 250 Logen-Gäste waren ja da, aber ich klammer das mal aus. Macht es jetzt nicht besser, ja. Vielleicht hätte da doch auch einer irgendwie so eine Kuhglocke mitbringen sollen, wie bei anderen Vereinen oder so. Aber klar, es hätte mit Fans nochmal einen ganz anderen Impact, wie man ja neudeutsch so schön sagt, gehabt. Wahrscheinlich sogar schon vor dem 2-1, wenn man mal so kurz nach der Pause an diese Chance, die Lindström da auf dem Fuß hatte, wo er den Tunnel gegen Can auspackt und dann leider aufgrund eines nicht so ganz optimalen Abschlusses dann an Kobel scheitert. Ich glaube, da wäre schon ordentlich Stimmung und Motivation von den Rängen gekommen und hätte die Spieler nochmal ein ganz anderes Stück nach vorne gepeitscht. Was wäre das denn für ein, sorry, ich wollte nur sagen, was das für ein Boss-Move gewesen wäre. Die Vorarbeit alleine hätte schon ein Tor verdient gehabt, unabhängig davon, ob es das entscheidende 3-0 ist oder was auch immer. Aber das wäre schon richtig geil gewesen, wenn das am Ende mit einem Tor gekrönt gewesen wäre. Das stimmt, in jedem Fall bin ich voll bei dir. Was man auch sagen muss, und Patrizia, du hast es vorhin korrekterweise auch schon mit erwähnt, ein Haaland kann dich halt in so einem Spiel eigentlich alleine platt machen. Und wenn du siehst, wie lange wir den im Griff hatten, der auch eigentlich, ja, Tinti, und das ist volle Stadion. Ich habe sofort daran gedacht, an diese Situation, diese Hahnenkämpfe, dieses Aneinandergeraten, an diese, ich glaube, es gab ja da noch gelbe Karte für Haaland und Hinteregger. Genau, also da weiß ich, wenn wir da im Stadion gewesen wären, im Stadion wäre voll gewesen und da hätten wir auch sicherlich, ja, das wäre nicht nur emotional gewesen, sondern das kann dann auch schnell mal dazu führen, dass wir da mit einem Mann doch nochmal mehr auf dem Platz stehen. Ich hoffe natürlich, dass das dann nicht für Hinti dann schlecht ausgegangen wäre, sondern eben für Haaland, der aber meiner Meinung nach auch einfach total da sich hart anstecken lassen. Der war angefressen und ich fand das super, wie ruhig Hinti dann da an der Stelle auch geblieben ist. Aber ich glaube, wenn du vor vollen Rängen diesen, nennen wir es mal Konversation, was da stattgefunden hat zwischen Haaland und Hinti auf dem Feld gesehen hättest, also da wäre da auf jeden Fall ordentlich Stimmung gewesen, weil du kannst davon ausgehen, dass die Dortmund-Fans, die dann vor Ort gewesen wären, da genauso mit eingestiegen wären. Also da hättest du nichts mehr verstanden auf dem Platz, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ist es nicht irgendwie auch geil, dass man wenigstens solche Fights noch hat? Also ich finde, natürlich ist es aus der Emotion heraus und dann fallen Worte, aber dass das überhaupt nochmal so rum geht. Das gehört doch auch dazu, von daher verstehe ich diese ganze Diskussion, die dann da jetzt teilweise geführt ist, nicht. Ey, das gehört dazu, du stehst auf dem Platz, du bist voller Emotionen, Testosteron fließt aus den Ohren raus. Ja, mein Gott, dann sagst du halt zwei Worte und danach gibst du dir halt auf dem Gang vom Spielfeld die Hand und dann sagst du, geiles Spiel und fertig. Also mein Gott, das gehört doch dazu. Das ist doch das, was es ausmacht. Ja, deswegen, aber es zeigt sich ja trotzdem, dass wir immer wieder auch die Möglichkeiten hatten, wir haben es ja eben schon angesprochen, über Lindström und Indika, das waren beides gute Chancen, werden die verwandelt, dann deswegen kann man auch im Retrospektive fast ein bisschen darum trauern, dass man die Tore halt nicht gemacht hat. Andererseits siehst du halt die Emotionalität auch auf beiden Seiten, war da. Es war ein knackiges Spiel, kann man sagen, mit Fans, war das ein richtig geiles Fußballspiel geworden. Wie immer Dortmunder Spiele haben ein bisschen was zu geben. Ja, richtig. Dortmund Eintracht, ärgerlich, dass wir es nicht gewonnen haben oder dass wir überhaupt keinen Punkt geholt haben, aber wie ist es denn für euch? Wie fühlt ihr euch? Seid ihr jetzt leer, emotional, traurig oder geht's? Nee, weder traurig noch leer, eigentlich jetzt so ein bisschen angefixt. Ich finde, man hat halt gesehen, dass das, was am Ende der Hinrunde da war, dass die Mannschaft Bock hat, dass die Mannschaft sich gefunden hat, dass man immer mehr das Konzept, was der Trainer hat, verstanden hat und umsetzt und hat eigentlich jetzt direkt für mich dieses Thema Rückrunde angefangen. Also ich habe jetzt richtig Bock auf Fußball und bin jetzt ähnlich unterwegs wie Dennis. Jetzt kommt halt blöd Augsburg da am Sonntag. Da müssen halt dann drei Punkte her. Also kannst du das so rational, aber du warst nicht total angefressen von der Situation. Zumindest war es bei mir so, nach Abpfiff. Marvin, wenn ich da, hättest du mich gesehen, ich war todtraurig, ja. Ich war total niedergeschlagen, weil es einfach auch so unverwirkte. So verdammt, das gibt's doch gar nicht. Jetzt hast du so lange mitgehalten. Und am Ende gehst du sogar, mit dem Unentschieden hätte ich noch unterschrieben, auch wenn es ärgerlich ist, führst 2-0 und machst wirklich lange Zeit ein gutes Spiel. Aber allein dieser Spielverlauf hat ja darauf eingestimmt, dass du irgendwann gedacht hast, also das kann nicht ewig gut gehen. Da kriegst du relativ, ja, irgendwann um die 70. Minute diesen Anschlusstreffer, wo du gedacht hast, boah, das wird jetzt heftig, 20 Minuten noch rumeiern plus Nachspielzeit. Dann ist es, dann schaffst du es fast bis zur 90. Minute, kriegst da diesen, da ist ein Ausgleich. Denkst, Mensch, naja, also mit einem Lucky Punch machen wir es noch in die eine Richtung. Dann geht aber Lucky Punch für die Dortmunder oder die konsequentere Spielweise geht dann einfach an die Dortmunder und verlierst da das Ding mit 3-2. Das war schon in dem Augenblick bitter und wirklich, da war ich erst mal niedergeschlagen, habe überhaupt keinen Bock gehabt. Also ich glaube, wir hatten ja kurz danach schon, ja, sehen wir uns am Dienstag zum Aufnehmen. Da hätte ich am liebsten gesagt, nee, tut mir leid, da habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf. Im Rückblick jetzt in der ganzen Zeit muss man sagen, das Positive überwiegt tatsächlich bei mir auch. Ich denke auch, dass wir gegen Augsburg hier sehr, sehr gute Chancen haben, wenn wir einfach an diese 45 Minuten andocken, die wir hier gezeigt haben. Wenn wir, ja, einfach an die Leistung, die wir über lange Zeit hier gesehen haben, auch dann die ansatzweise auf den Platz bringen, da mache ich mir da keine Sorgen. Es ist trotzdem in der Momentaufnahme, weil ich wirklich todtraurig hatte, überhaupt keine Lust mehr auf Fußball, weil es einfach so unfair wirkte. Jetzt, dann muss man vielleicht sagen, war die Frage in dem Fall unklar gestellt, Stimmung zu welchem Zeitpunkt? Also zum jetzigen Zeitpunkt bin ich einfach hochgradig motiviert und habe richtig Bock auf Fußball. Drei Sekunden nach dem Abpfiff war ich halt einfach unendlich frustriert und sauer und habe hier die Wand angeschrien, dass wir dieses Ding nicht über die Zeit gebracht haben. Da liegen aber halt jetzt auch schon zweieinhalb Tage dazwischen. Kann ich verstehen. Wie war es denn bei euch? Ja, ähnlich. Also klar, direkt nach Abpfiff ist man dann schon, also es war schon sehr bitter. Es war halt eben genau das Gegenteil von dem, was wir zuletzt erlebt hatten. Also die Eintracht hat ja auch schon Last-Minute-Siege gefeiert und das war immer besonders schön. Und jetzt hat man halt eben mal die andere Seite zu schmecken bekommen. Und das war halt nicht so geil. Aber ja, also nach dem Spiel war ich auch angefressen und traurig. Aber ich habe mich irgendwie auch so ein bisschen gezwungen, weil ich wollte mir das Wochenende nicht versauen lassen. Es hat nicht ganz geklappt. Ich war immer noch traurig. Aber irgendwie hatte ich bis dahin so ein gutes Wochenende. Es lag ein bisschen Schnee. Ich habe so einen Schneespaziergang gemacht vorher. Und irgendwie hatte ich ein schönes Wochenende bis zu diesem Spiel. Dann führt die Eintracht 2-0. Ich dachte so, oh geil, ist richtig gut. Ja, und dann wird das halt alles so kaputt gemacht. Natürlich geht es ihr dann nicht gut. Aber ja, mittlerweile habe ich mich, also ich habe mich da schon gezwungen, so das Positive zu sehen. Und mittlerweile muss ich mich nicht mal mehr zwingen, weil ich habe es, glaube ich, gut verdaut. Klar, es war jetzt Dortmund. Dortmund hat gewonnen. Alles gut. Ist halt jetzt so gekommen. Aber es gab ja auch einige positive Aspekte. Und wenn man sich die anschaut und auch das Team ist weiterhin auf dem richtigen Weg. Also keine Zweifel. Das war keine schlechte Partie. Das war vielleicht eine schlechte Phase. Sagen wir mal zweite Halbzeit oder die letzte Hälfte der zweiten Halbzeit war eben halt nicht optimal. Aber man kann ja auch sagen, man hat sicherlich daraus gelernt. Vor allem, wenn ich mir anhöre, wie sich auch nach dem Spiel geäußert wurde von Seiten der Eintracht. Da habe ich große Hoffnung, dass man das eben registriert hat und aufarbeitet und für die Zukunft daraus gelernt hat. Und das ist, glaube ich, jetzt viel wichtiger, als jetzt da unbedingt auf Biegen und Brechen da jetzt noch ein oder drei Punkte mitzunehmen. Wer schön gewesen ist, ist jetzt nicht gewesen. Es gibt noch andere Gegner, die man auch schlagen muss dann wahrscheinlich. Und das ist halt so einer aus Augsburg. Aber ich gehe da noch nicht so krass hochmotiviert rein, wie jetzt vielleicht René gesagt hatte. Weil irgendwie habe ich immer ein schlechtes Gefühl gegen so Mannschaften. Aber dazu kommen wir ja dann noch. Marvin, wie ging es dir? Ach, tatsächlich kann ich mich der Meinung von Patricia da sehr anschließen. Also ich muss sagen, ich habe so verschiedene Gefühlsstufen während des Spiels erlebt. Natürlich ist es, also für mich war es erstmal ein bisschen schwieriger reinzukommen. Ich habe da grundsätzlich Bock gehabt. Aber ganz ohne Fans ist es für mich nochmal eine andere Stimmung, als mit irgendwie 10.000 oder so. Wo du denkst, okay, so ein bisschen ist ein bisschen was los. Und jetzt war gar nichts los. Jetzt sind wir wieder zurück in diesen Pandemie-Modus. Und das macht es ein bisschen schwieriger. Nicht jedes Spiel ist so unterhaltsam wie das, muss man auch sagen. Ich finde, das war ein sehr unterhaltsames Bundesligaspiel. Da habe ich aber auch schon ganz andere Gurkenkicks an diesem Wochenende in der Bundesliga gesehen, wo ich gedacht habe, Alter, das kannst du halt auch keinem verkaufen, der dafür Geld bezahlt. Und insofern war es ein bisschen schwierig. Aber das Spiel hat mich eigentlich einigermaßen versöhnt. Und ich habe dann relativ schnell, aber nach der Niederlage, natürlich war sie besonders bitter, weil du echt kurz vor Schluss noch den Niederlagentreffen einsteckst. Das war natürlich besonders bitter. Aber ich habe eine halbe Stunde, Stunde ging es mir auch schon wieder okay. Und das ist halt eine ganz andere Stimmung, als wenn ich im Stadion gewesen wäre. Als wenn ich mitgefiebert hätte, mitgelitten hätte und mich dann wahrscheinlich den ganzen Abend darüber aufgeregt hätte. Es ist irgendwie, man ist wieder in diesem Modus gefangen. Und deswegen kann ich aber auch sagen, dass ich positiv irgendwo ein bisschen zurückblicke oder eigentlich auf die nächsten Aufgaben, auch weil Patricia richtig die Aspekte angesprochen hat. Wir können ja darauf blicken, dass wir beispielsweise gesehen haben, ein Trainer, ein Glasner hat angesprochen, welche Fehler er selbst gemacht und gesehen hat. Das ist positiv. Wir sehen, dass das gesamtmannschaftliche Konstrukt gut funktioniert. Selbst ein Boree schießt mittlerweile relativ viele Tore. Also Sie, der Scorer, wir können gleich noch über die Stürmerthematik sprechen, da wächst ein bisschen was. Wir sehen gute Entwicklungsoptionen bei einem Lindström, der sich immer mehr einfliegt. Und es ist keine Selbstverständlichkeit, dass er selbst nur Rustic auch ganz gut in diese Position reinkommt. Also ich sehe viele positive Aspekte. Jetzt gilt es aber, genau diese positiven Aspekte auch im Vergleich zur Hinserie in drei Punkte umzumünzen. Denn erinnern wir uns in der Hinserie, wie unzufrieden wir waren, dass gegen Augsburg man nicht gewinnen konnte, dass auch die Partie Bielefeld nur mit einem Punkt beendet wurde. Ich glaube, das sind jetzt die wichtigen Spiele in der nächsten Zeit. Ja, dem würde ich vollkommen zustimmen, dass jetzt die entscheidenden Spiele kommen. Und wie du gerade so richtig gesagt hast, trotzdem, man hat das Gefühl, auch nach so einem, ich nenne es jetzt mal unnötigen Niederlage, dass die Mannschaft und der Trainer das Richtige jetzt daraus machen und die richtigen Lehren ziehen und sich verbessern und gestärkt ins nächste Spiel gehen. Und es scheint ja auch so zu sein, dass jetzt der ein oder andere Spieler mehr verfügbar ist. Du hattest gerade eben das Thema Stürmerthematik angesprochen. Meinst du damit das Thema der Transfers oder meinst du damit diese Lammers-Thematik, Marvin? Nö, die Lammers-Thematik, da haben wir das, der ein oder andere, weil es mitbekommen haben, im Fußball 2000, im Podcast schon mal drüber gesprochen, für mich ist die Sache jetzt da auch gegessen. Ich finde halt die persönlichen Beleidigungen, das geht halt einfach nicht, ich will das auch nicht nochmal erzählen. Und ich fand es krass, wie es in den letzten Tagen gerade auf seinem Instagram-Kanal rund ging, positiv, aber jetzt natürlich auch die Welle. Im Gegenteil, dass jetzt sich auch viele gesagt haben, hier Leute, macht mal halblang, sowas kann nicht sein. Wenn man sich aufregt über Spiele, das machen wir auch, das machen wir auch in einem Podcast, aber es muss immer ein Maß haben und irgendwann ist halt auch Schluss, dass man auf jeden Fall nicht auf Profile der Spieler geht und die dann beleidigt. Ich verstehe, dass man mittlerweile seinen Unmut, wenn man nicht ins Stadion kann, irgendwie vielleicht anders ausdrücken muss, aber dann schreibe ich es halt auf eine Tapete oder schreibe es mir irgendwo sonst wo hin oder schreibe es in einem Gruppenchat oder so und dann ist es auch wieder vorbei. Aber dieser Weg der persönlichen Ebene, das finde ich halt geht gar nicht. Und das sind alles Menschen und Lammers ist trotzdem ein guter Spieler. Irgendwann wird er mit Sicherheit irgendjemandem das zeigen können, ob in Frankfurt oder sonst wo. Einfach ein bisschen gemäßigt, weil es wird nicht besser dadurch, wenn man Leute so abfuckt. Ja, Wahnsinn, ey. Würde ich so 248 Prozent zustimmen. Gut, Transfers machen wir gleich, dann lasst uns jetzt erstmal über Augsburg reden, weil wir das gerade eben schon so oft angesprochen haben, würde ich da jetzt direkt weitermachen. Sonntag 15.30 Uhr in Augsburg startet das Spiel. Positiv vermeldet heute, dass sowohl Sow als auch Touré wieder im Mannschaftstraining sind, beziehungsweise heute war ja Laktattest, morgen ist ja die nächste richtige Trainingseinheit, aber sie sind soweit freigetestet und dürfen am Spielbetrieb wieder teilnehmen. Da Costa noch nicht und wer war der nächste? Naja, also auf jeden Fall ist Barkok jetzt erstmal leider Covid-geschreckt beim Afrika Cup. Genau, der war ja am Wochenende nicht dabei, weil er beim Afrika Cup war und durfte da jetzt, aber gestern war glaube ich das Spiel auch nicht spielen, weil er ja auch einen positiven Test hatte. Von daher hat es sich ein bisschen vielleicht verbessert, aber immer noch ist diese ganze Thematik mit den Testungen und den positiven Ergebnissen schwierig und könnte es halt ein bisschen spannend machen, weil natürlich damit auch kurzfristig der ein oder andere Spieler vielleicht trotzdem noch ausfallen kann, was ärgerlich ist. Ja, also ganz klar. Also das wird auch die nächste Zeit uns wahrscheinlich in der gesamten Bundesliga begleiten und auch natürlich bei der Eintracht. Hoffentlich wird es einigermaßen gut gehen. Ich glaube, Eintracht hat mit das strengste Testregime bei den ganzen Bundesligaspielern. Die machen das wirklich, also ich glaube, die machen nicht nur Schnelltests, sondern tatsächlich PCR-Tests, die dann relativ ratzfatz dann auch abgearbeitet werden. Also da wird ganz genau geguckt und das kann übrigens auch eine strikte Testung, das ist total absurd, dass wir das im Jahr 2022 sagen, kann, aber wenn du es hinbekommst, möglichst wenig Fälle zu haben, kann das natürlich auch ein Game Changer immer innerhalb der Rückserie sein. Während andere immer wieder ausfallen werden, natürlich wird viel über die Bayern gesprochen, aber es ist zu einem gewissen Teil auch irgendwo natürlich, wenn du beispielsweise Kinder hast, die in die Kita gehen oder in die Schule gehen, dann kann das einfach echt leicht passieren und es gibt wahrscheinlich den einen oder anderen, der im Laufe der Saison auf jeden Fall noch Corona bekommen wird und je weniger Fälle die Eintracht hat, desto besser ist es und dass dann auch, dass dann diejenigen, die aktuell nicht können, wieder zurückkommen und dann wir mehr Qualität dann auch auf der Bank vielleicht haben, die ja beispielsweise gegen Dortmund relativ dünn besetzt war, so muss man es ja leider sagen und dann könnten wir daraus Profit schlagen, so blöd es sich anhört. Ja, was eigentlich auch irgendwo so ein bisschen absurd ist, wir hatten ja Anfang der Saison noch drüber gesprochen, wie groß eigentlich der Kader mit deutlich über 30 Spielern ist und dann hattest du jetzt am Wochenende gegen Dortmund glaube ich sogar zwei freie Plätze auf der Bank, weil du sie nicht vollgekriegt hast. Also das könnte noch spannend werden. Durm war übrigens der andere Spieler, der ja nach wie vor noch in Quarantäne ist und am Wochenende vermutlich auch nicht zur Verfügung steht. Ja, also du siehst, es ist ein bisschen schwierig, aber wenn wir, wollen wir zur, nee, wir kommen jetzt erstmal bei Augsburg vorbei. Wir sind jetzt erstmal bei Augsburg, genau. Und bei Augsburg muss man natürlich sagen, wir haben ja den ganzen Hype jetzt gerade so mitbekommen, da wird einem natürlich jetzt Angst und Bange, wenn jetzt die Weltstars wie Pepe oder so an jetzt anreisen, beziehungsweise wir reisen zu denen. Dennis, haben wir eine Chance gegen das neue starke Augsburg? Ich muss sagen, wir werden das sehen am Wochenende. Nein, Quatsch, Marvin. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir einigermaßen performen und an unsere Leistung vom Wochenende anknüpfen können, dann sind drei Punkte auf jeden Fall drin. Das Einzige, was mir so ein bisschen Magenschmerzen macht, ist, dass Augsburg unbedingt punkten muss. Wir sind, glaube ich, auf dem Relegationsplatz mittlerweile. Genau, ein Punkt vor Bielefeld. Sechze mit 18 Punkten. Genau. Das ist, die stehen mit dem Rücken zur Wand und ich weiß nicht, wer von euch es vorhin gesagt hat, ich glaube auch Patricia, so ein Taumel der Boxer, da muss man aufpassen, da sah die Eintracht leider nicht immer so gut aus und so souverän. Und ja, da müssen wir einfach gucken, dass wir konsequent das runterspielen. Und Marvin, du hast schon schöne Namen genannt. Ich glaube nicht, dass da der große Effekt dadurch ist. Aber ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ich muss wirklich sagen, die Eintracht muss hier konsequent so spielen wie gegen Dortmund die 45 Minuten. Sonst wird es auch gegen Augsburg schwer. Aber dann sehe ich eigentlich hier kein Problem darin, drei wichtige Punkte einzutüten. Patricia? Ich will es gar nicht beschwören. Deswegen werde ich mich jetzt nicht zu dem Top-Transfer äußern. Weil wenn ich jetzt irgendwas sage, trifft er gegen die Eintracht. Ich weiß es ganz genau. Deswegen lasse ich das jetzt mal so stehen. Und ja, ich habe es ja schon angeteasert. Ich habe nicht so viel Bock auf das Spiel, was vielleicht am Gegner liegt und vielleicht an der Spielweise des Gegners. Zumindest aus der Vergangenheit. Das hat nicht immer sehr viel Spaß gemacht. Muss es ja auch nicht. Ich verstehe es, dass ein Gegner ja auch die Eintracht entnerven möchte und das beste Ergebnis für sich erlangen möchte. Aber ja, ich glaube, es wird halt, sagen wir so oft, aber es wird ein ganz anderes Spiel als gegen Dortmund. Es ist halt immer schöner anzusehen, wenn du einen Gegner hast, der auch wirklich bemüht ist, mitzuspielen. Und der irgendwie selbst auch Ideen hat. Und ich glaube, also ich habe bei Augsburg nicht das Gefühl, dass das einer dieser Gegner ist. Sondern eher so ein, du bist halt vor allem auch noch in Augsburg unterwegs. Das macht es nicht leichter. Ja, es könnte halt zäh werden. Ich habe immer bei solchen Gegnern so ein bisschen die Befürchtung, klar, es gab auch schon Spiele, wo man sagt, ach, doch, war doch ein ganz munteres Spiel. Oft ist es aber halt eben so, dass man sich da irgendwie so durch die Partie beißen muss. Und ja, das nicht so einfach ist, vor allem, wenn du irgendwie sogar in Rückstand gerätst oder so. Also das ist so immer Worst Case gegen so Mannschaften. Wenn du irgendwie früh sogar in Rückstand gerätst und dich dann da irgendwie noch durchbeißen musst zu einem Treffer, hoffen wir mal nicht, dass es passiert. Aber das sind immer so meine Visionen vor solchen Spielen. Und deswegen habe ich immer wenig Bock drauf. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Vielleicht klappt es ja ganz gut, weil die Eintracht hat auch ihre Stärken und hat auch zuletzt gezeigt, was sie auf den Platz bringen kann. Und das ist schon ein sehr, sehr unterhaltsamer Fußball, würde ich sagen. Deswegen mal schauen. Und solange das Ergebnis stimmt, ich will es auch noch mal sagen, ich kämpfe mich auch gerne durch eine Partie, wenn es sich am Ende gelohnt hat. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Es ist aber trotzdem natürlich lustig. Ich meine, ich habe noch deinen Tweeten in Erinnerung, den du auch während der Partie rausgehauen hast, wo du ja auch gemeint hast, da ja so ruhige Schlussphasen gibt es bei uns eher selten. Ich kann mir wirklich auch vorstellen, dass es auch gegen Augsburg wieder keine ruhige Schlussphase ist. Aber ihr sagt es ja vollkommen zu Recht. Die sind auf Platz 16, die haben Schwierigkeiten. Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich auch eine enge Partie wird. Aber man muss auch mal ganz ehrlich sagen, viele derjenigen, die sie auch davor schon verpflichtet haben. Dorsch ist natürlich ein solider Spieler, wo ich mich immer noch ärgere, dass der nicht irgendwie mal in den Main gewechselt ist, sondern dorthin. Aber es ist trotzdem so, dass viele einfach noch nicht eingeschlagen haben. Und ich glaube auch, Pepi mag ein hochtalentierter Spieler sein. Das will ich ihm gar nicht absprechen. Mal gucken, wenn der Pepi-Zug ins Rollen geht. Aber auch ein solcher Spieler muss erstmal in der Bundesliga ankommen. Schauen wir mal. Aber so oder so hat unsere Mannschaft auf jeden Fall die Qualitäten, gegen die Augsburger zu bestehen und wirklich auch mal einen Dreier zu holen. Ganz wichtig ist für mich natürlich aus rein emotionaler Sicht, dass unser Schreckgespenst Marco Richter diesmal gar nicht gegen uns treffen kann. Der ist ja mittlerweile bei der Hertha. Ist ja für eine Rekordablöse, ich glaube irgendwie roundabout fast acht Millionen gewechselt. Genau und es ist natürlich schon so, dass wir, dass die gute Spiele haben, wegen Gerovic, den ich sehr, den ich sehr gerne auch sehe, auch Vargas, da sind einige gute Spiele dabei. André Hahn wird immer noch seine extra Motivation mit sich herumschleppen, der ehemalige Offenbacher und der gefühlt auch immer so im Herzen immer noch ein Offenbacher ist. Das wird keine leichte Partie, aber wir haben gesehen, wie viel Positives sich entwickelt hat. Ein Lindström ist weiter auf dem aufsteigenden Ast. Wir sehen, dass Kostet trotzdem gut funktioniert, immer besser die Kombination mit Boré. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass der Eintracht dieses Spiel gewinnt und wenn sie diesen Schritt machen, hin von, dass du jetzt die wichtigen Partien sogar gewinnst, dann mal gucken, was da noch möglich ist in dieser Saison. Deswegen bleibe ich da einfach positiv und wichtig ist nur, dass wir unsere Schäfchen beisammenhalten, möglichst keine Ausfälle haben. Ja, bin ich voll bei dir, Marvin. Es kann auch uns natürlich in die Karten spielen, dass Augsburg punkten muss, dadurch vielleicht ein bisschen offensiver agiert, ein bisschen versucht, das Spiel mitzumachen. Denn das Parallelspiel, beziehungsweise nachher spielt dann ja Bielefeld noch gegen Fürth. Das heißt, Bielefeld kann an dem Spieltag an Augsburg vorbeiziehen und das wollen die sicherlich auch nicht noch weiter nach unten rutschen. Das wissen die auch. Das kann immer für die Aufstellung, einfach für uns, Patrizia, du hast es gesagt, für uns ist es immer besser, wenn der Gegner auch ein bisschen mitspielen will, zumindest auch fürs Auge. Ich glaube auch, dass wir hier die ein oder andere Lücke dann sicherlich dadurch finden können. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Würde mir gefallen. Würde mir gefallen. Das wäre für mich tatsächlich der wichtige Punkt. Ansonsten wäre ich nämlich komplett bei Patrizia, dass das ein komplett anderes Spiel ist. Dortmund an sich spielt offensiv, spielt schnell. Da sind Lücken da, da kannst du mal irgendwie in Konter starten. Das funktioniert halt nicht, wenn du gegen einen Gegner spielst, der halt hinten in drei Reihen sehr kompakt in seiner eigenen Hälfte steht. Und da hoffe ich wirklich drauf, dass Augsburg diesen Druck da jetzt einfach spürt und ein bisschen vielleicht nicht in der ersten Hälfte, aber so Richtung Ende des Spiels. Und dann wären wir komplett bei der Theorie von Marvin ja auch, dass die Schlussphase spannend werden könnte, dass die dann aufmachen müssen. Vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, spielt Bielefeld Samstag, ne? Nee, am Sonntag nach der Eintritt noch. Ja, dann müssen sie vielleicht vorlegen. Wenn es dann lange unentschieden steht, werden die auf jeden Fall aufmachen. Und dann kommt es halt drauf an, diese Lücken dann zu nutzen. Dann sind wir halt wieder an der Frage, für wie viel Spielzeit haben zum Beispiel so ein Spieler wie Lindström dann jetzt schon Kraft in den Knochen wieder. Ja, müssen wir abwarten, aber ich glaube vielleicht der eine Tag mehr, also bis Sonntag 15.30 Uhr, das sind so kleine Faktoren, die auf alle Fälle helfen können. Die Frage ist halt, wie sieht die Defensive aus? Das sind halt alle so Dinge, da können wir gleich nochmal über die Aufwärts sprechen. Aber ich will nur mal ganz kurz sagen, auch wenn ich das jetzt so positiv erwähnt habe und ich bleibe bei meiner positiven Grundhaltung, dürfen wir auch nicht vergessen. Augsburg hat gegen den Tabellen jetzt Tabellendritten verloren, Hoffenheim, ja, die irgendwie eine Freak-Saison spielen, die ich gar nicht so hundertprozentig im Fokus hatte. Die haben ja auch gegen uns gewonnen, aber haben sich da jetzt ganz schön hochgepirscht. Augsburg hat auch lange Zeit trotzdem ganz gut mitgehalten. Die sind nicht schlecht, du brauchst eine geschlossene Mannschaftsleistung, aber die lassen sich auch relativ schnell entnerven. Und das ist halt so der Punkt, wo du reingehen kannst und wo du halt sehen musst, welche Räume mache ich, welche Räume kann ich erschaffen, dass schnell die richtigen Schüsse sitzen. Wenn Boré genauso ein Zielwasser getrogen hat, wie er es bei der letzten Partie gemacht hat, dann glaube ich, sieht es wirklich sehr gut aus. Wir müssen halt diese Chancen, die wir bekommen, effizient nutzen. Und dann ist es ganz schnell so, wie Dennis sagt, dass die dann plötzlich auch in Bedrängnis kommen. Weil wenn wir das erste Tor gemacht haben, wir müssen die zwangsläufig öffnen. Die müssen sich hier dann Räume bieten, die du dann aber auch und wo dann auch ein Lindström, der kann auch noch zwei, dreimal seine Chancen vergeigen, ist auch kein Problem. Aber immer wieder trotzdem die Räume gehen, muss immer wieder versuchen, diese Chance zu nutzen. Und dann wird das irgendwann auch gut und wenn gegen Augsburg gewonnen wird, kann es dann echt weitergehen. Und dann haben wir alles interessante, schwierige, aber durchaus machbare Spiele. Ja, der soll keine Chancen vergeigen, der soll Tore machen und zwar nach Vorlagen von Lindström. Ich brauche die Kick-Base-Punkte. Okay. Okay. Das sollte Motivation genug sein. Ja, ich habe an dem Wochenende schon keine Punkte gemacht. Ich habe Lindström rausgenommen und So drinnen gelassen, um dann am Samstag zu hören, dass es genau andersrum ist. Ich habe mich sehr geärgert. Ja. Tut mir leid. Ja, muss dir nicht leid tun. Ja, aber da ist jetzt tatsächlich die spannende Frage, aufstellungstechnisch, wie gehen wir in dieses Spiel rein? Jetzt am Wochenende hatten wir ja die Dreierkette, Indika, Hinteregger, Tutor. Sehen wir diese Abwehrkette auch gegen Augsburg oder finden dort Änderungen statt? Patricia? Ne, ich glaube, ehrlich gesagt, die bleibt so. Auch wenn Hinteregger jetzt in der Mitte, es ist eher Hasebes Position, glaube aber trotzdem, dass er, ja, Hasebe vorgezogen wird und demnach weiterhin auch in der Mitte spielen wird, weil Tutor, Indika rechts und links daneben, ich glaube, das passt so. Also ich würde das, glaube ich, auch so lassen. Vor allem gegen Augsburg, Hinteregger hat ja eine Vergangenheit. Auf jeden Fall. Genau, Hinteregger erneut, der ja trotzdem gut auch jetzt gerade wieder drin ist, würde ich auf jeden Fall spielen lassen. Man könnte höchstens echt überlegen, dass man Indika halt nach links zieht und Hinteregger wieder in die Mitte. Das sind halt so Nuancen, darüber kann man nochmal sprechen. Aber da müsste dann halt wieder die Spieleröffnung hauptsächlich dann auch von Rode übernommen werden. Eine spannende Frage ist eh, Patricia, was meinst du, Rode Rustic oder kommt da noch jemand anderes dazu? Ich weiß halt nicht, wie fit Sow bis dahin ist, ob der wieder startet und dann Rode Sow eventuell. Wahrscheinlich eher nicht, weil Jakic ja auch erstmal nach seiner Corona-Erkrankung jetzt auf der Bank Platz genommen hat. Vielleicht rutscht aber Jakic dafür neben Rode, weil der jetzt auch erstmal so ein bisschen langsam rangeführt wurde, aber ja jetzt auch nochmal eine Woche zwischen den beiden Spielen, also Dortmund und Augsburg liegt. Deswegen, ich denke mal, Rode wird starten, auf jeden Fall. Und daneben dann je nach Fitnesszustand, Jakic oder Sow, ich glaube nicht, dass Rustic startet, obwohl der es jetzt tatsächlich auch nicht so schlecht gemacht hat. So gut, dass du sagst, wie gesagt, ich fand, das war eine echt ordentliche Partie, hatten wir auch ordentlichen Offensiv dran gehabt, mehrere Torchancen auch vorbereitet und auch selber will der auch Tore erzielen, das merkst du. Ein paar Schwächen der Defensive gehabt, trotzdem ein sehr geordentliches Spiel gemacht, aber was du halt sagst, bei Sow, das wollen wir nochmal ganz kurz festhalten, warum er nicht gespielt hat, es gab ein unklares Testergebnis am Samstag selbst. Und wie gesagt, das muss jetzt alles erstmal irgendwie geklärt werden und vielleicht könnte er eine Option werden, aber ich denke, da gehe ich auf jeden Fall mit dir, Rode und Jakic würden starten und dann kannst du irgendwie nachschießen. Und wie gesagt, Rustic, er etabliert sich als diese Position und immer wieder höre ich, dass Rustic einer der Streichkandidaten wäre oder einer derjenigen, die vielleicht den Verein wechselt. Das mag immer noch so sein, aber es würde mir zusehends einem nicht leidtun, Dennis. Ja, bin ich bei euch, aber jetzt muss ich auch ganz kurz einhaken, weil ich glaube, Rode-Jakic ist mir fast zu zerstörerisch. Ist das der passende Ausdruck? Ich weiß es nicht. Aber da würde ich schon eher mit Rustic gerne spielen. Liegt einfach so daran, Jakic hat auch diesen Drang, immer mal nach vorne zu laufen, wo wir auch schon, was treibt er denn da, ein bisschen verpasst, den letzten Ball zu spielen, erinnert dann manchmal an Gasinovic zu sein in besten Zeiten bei der Eintracht. Wird zwar immer besser, ich denke aber tatsächlich, ein Rustic, der auch mal aus der zweiten Reihe aufs Tor schießen kann, der vielleicht auch darüber nochmal eine Option uns bietet, einfach eine Torgefahr auszustrahlen, würde ich mir ungern nehmen. Auch gegen Augsburg, wir gehen mal davon aus, auch die werden versuchen, die Räume erstmal eng zu machen. Da kann es schon ein Mittel sein, zu sagen, wir ziehen auch mal aus der zweiten Reihe ab. Und ja, deshalb würde ich gerne mit Rode und Rustic tatsächlich nochmal spielen. Jakic ist mir da von seinem Offensivdrang her nicht. Ja, die Schüsse aus der zweiten Reihe, das hat mir nicht so gut gefallen, ein bisschen spät die Abspiele. Also da bin ich eher Team Rustic momentan auf der Position. So, wenn er fit ist, gerne so, aber da, ja, keine Ahnung, das ist natürlich mit einem großen Fragezeichen. Jetzt müssen wir schon fast abstimmen, René, was ist denn dein Tag dazu? Ja, ich wollte gerade eben nochmal die Frage stellen, weil wir jetzt gerade eben wieder gesagt haben, So, wenn er fit ist, war So denn jetzt tatsächlich positiv und erkrankt oder war es nur ein unklares Testergebnis? Weil wenn er jetzt am Samstag einfach nur nicht gespielt hat, weil das Testergebnis unklar war und man danach nochmal neu getestet hat und gesagt hat, ey, da war nix, dann gibt es ja auch keinen Grund, ihn draußen zu lassen, weil dann war da... Er darf ja im Training nicht teilnehmen, er darf ja im Training nicht teilnehmen. Ja, das ist ja eine Vorsichtsmaßnahme, bis diese Testthematik dann aufgelöst ist, aber er ist ja seit heute wieder im Training. Genau, so ist ganz normal im Training, deswegen... Ja, so viele Trainings hat er nicht verpasst, ne? Ja, das ist richtig, er ist schon wieder im Training. Und ich weiß auch gar nicht, ob er jetzt tatsächlich was hatte oder ob einfach nur, wie Marvin ja gerade eben gesagt hat, das Testergebnis unklar war und man einfach zur Vorsicht gesagt hat, ey, der bleibt jetzt mal raus. Ja, wahrscheinlich hatte er nichts, oder? Ja, also, weil das ja schon recht schnell ging jetzt. Also Samstag wurde er dann isoliert nochmal zur Sicherheit und wenn er jetzt Dienstag schon wieder rausgetestet wurde, also entweder das ging sehr schnell, kann ja sein, weiß ich nicht, oder da war halt nichts, also es war halt einfach ein unklares Testergebnis und jetzt wurde nochmal getestet und jetzt ist negativ und alles ist gut. Dann ist aber wahrscheinlich Fitnesszustand weiterhin top, würde ich mal sagen. Genau, davon würde ich auch ausgehen und dann kann man sagen, Sow hat nichts gehabt, kann spielen, Jakic hat jetzt auch wieder eine Woche gehabt und dann sind wir wieder bei unserer ganz bewährten Doppelsex, Sow und Jakic und haben überhaupt kein Problem. Das würde ich auch fragen. Wie wäre es denn mit Sow und Jakic wieder? Ja, also, ne? Ja, aber Rode ist halt auch, finde ich auch schwer, den jetzt rauszunehmen komplett. Ich weiß nicht, weil, also ich fand Rode jetzt gegen BVB auch top stark. Ja, ist dann da halt wirklich dann bei Rode eher eine Frage, wie viel machen die Knochen da gerade mit? Ja. Es ist schwierig. Also ich glaube, wir müssen hier nämlich die Frage stellen, wer ist besser als Einwechselspieler? Und vielleicht müssen wir dann wirklich sagen, wir lassen Rode raus, auch wenn er ein super Spiel gemacht hat, weil er als Einwechselspieler sehr gut funktioniert. Und Jakic am Wochenende nicht so gut. Ja, ist natürlich eine hohe Gegner, aber... Genau, aber du weißt, wie gut auch gegen schlechtere Gegner potenziell und Rode dann sogar in Torlaune kommt. Und vielleicht kann das dann nochmal die letzten Minuten der drängende Punkt sein, auch zu sagen, Rode, jetzt gehst du ein bisschen weiter nach vorne sogar. Vielleicht sollten wir uns dieser Möglichkeit nicht berauben und dann würde ich euch vollkommen zustimmen. Dann könnten wir tatsächlich Sow und Jakic machen. Es gibt ja keine, wir haben ja gesagt, es ist ja PCR-Test sogar, ist sogar noch genauer, ist nicht nur ein Antigen-Schnelltest, sondern es bringt PCR-Test. Das heißt, man kann mit einer sehr hohen Gewissheit wirklich davon ausgehen, dass da nichts stattfindet, nichts passiert ist. Und dann kannst du natürlich so spielen. Also ich würde mich dieser Option auch durchaus beugen. Ist jetzt nicht die schlechteste Alternative. Nee, gut. Okay, dann haben wir das defensive Mittelfeld ja jetzt doch echt erarbeitet. Ja, aber man muss sich auch mal Siege erarbeiten. Jetzt links Kostic ist klar. Was machen wir? Chandy Boy oder, ja, warum halt auch nicht, ne? Hat nicht schlecht gespielt. Ja, also Touré ist jetzt wieder da. Der war jetzt ja tatsächlich wirklich infiziert. Ich glaube, da wirst du den nicht sehen. Also ich sage mal so, wenn alle fit wären, wäre mein erster Ball weiterhin dumm. Der wird es auf keinen Fall werden. Touré wäre mir jetzt zu frisch wieder da. Da Costa fällt auch noch aus. Dann hast du keine andere Alternative. Und Schändler fand ich, hat das gegen Dortmund echt nicht so verkehrt gemacht. Also klar kannst du nicht erwarten auf der Seite, und das müssen wir mittlerweile auch, glaube ich, verstanden haben, die gleiche Prozedur zu haben wie auf der linken Seite mit einem Kostic, aber mit einem Lindström, der da immer wieder rausrückt, kannst du das wunderbar, finde ich, mit einem Chändler aktuell machen. Ja, du hast da ja anscheinend nur die Auswahl Touré oder Chändler und da fällt meine Wahl auch auf Chändler. Ich finde, er hat es auch die letzten Male ordentlich gemacht. Dann sind wir doch froh, haben wir Chändler. Dann dementsprechend als rechter Flügelspieler. Und dann, ja, würdest du denn offensiv was verändern? Wir hatten jetzt gegen den BVB Lindström, Kamada, Boré. Patricia, oder würdest du das genauso lassen? Nee, ich würde das genauso lassen. Das gefällt mir sehr gut. Boré findet langsam seinen Torriecher auch. Also Touré, äh, Touré, Boré. Boré. Boré war auch generell die ganze Saison eigentlich ziemlich gut. Und jetzt kommt halt noch das dazu, woran er sich halt auch so ein bisschen messen lassen muss als Stürmer in dem Sinne. Ähm, von daher top und Lindström sowieso. Bin ich ein großer Fan. Oh ja. Plus Kamada, äh, finde ich top. Also sehr gerne die drei weiterhin. Ja, würde ich absolut nichts dran ändern. Die drei funktionieren einwandfrei da vorne. Du hast mit Lindström einen kreativen und einen wahnsinnig schnellen und spielerisch, äh, exzellenten Spieler da vorne drin. Ähm, Boré hat so langsam verstanden, wo das Tor steht. Und Kamada profitiert davon, dass die anderen ihm so ein bisschen, äh, die Aufmerksamkeit der Gegenspieler nehmen. Von daher, und wir haben auch da halt wenig Alternative. Also Patienz ja von Anfang an bringen, weiß ich nicht. Gibt keine alternativen Gründe. Es gibt auch keinen Grund, weil, äh, Patricia hat es gut gesagt, Boré spielt ja eigentlich eine wirklich gute Runde, ne? Ja klar, also was halt am Anfang gefehlt hat, waren die Tore, so. So, und das ist ja auch vollkommen okay, wird halt nie der krasse Topscorer, aber überlegen wir mal, der kam ablösefrei, ne? Natürlich hat er, wie die meisten, die ablösefrei sind, auch Handgeld bekommen, aber dass er sich auch in der kurzen Zeit jetzt schon so gut einfügt, ne? Wie gesagt, das ist jetzt nicht der größte Scorer, whatever. Aber der ist, der hat sehr viele Torbeteiligungen, der war, glaube ich, in fast, also in jedem Spiel mindestens an einer Torbeteiligung irgendwie involviert, sei es mit Vorlage oder selbst Torgeschossen. Das, also er erfüllt in diesem Gesamtkonstrukt mit Linström, mit Kamada wirklich seine Rolle und das ist etwas, das muss man ihm einfach geben und mit, ich glaube, sieben Toren jetzt, glaube ich, steht auch gar nicht so schlecht da. Also ich glaube, da kann wirklich, ich glaube, insgesamt sieben, ja, also, wenn du Europa League noch mitzählst, naja, ich glaube, Bundesliga waren sechs, ähm, ist es auf jeden Fall eine gute Nummer und ich freue mich, wenn das dann so weitergeht und, äh, dieses Vertrauen bekommt er dann langsam und er ist ja auch krass einer der Arbeitsmaschinen bei der Eintracht. Er ist, glaube ich, derjenige, der mit am, oder mit am zweitlängsten, glaube ich, sogar auf dem Platz war bislang. Also ich meine, wenn wir sehen, wie Gras Bore dann auch als Spieler durchtankt. Ja. Bin ich voll bei euch. Nein, würde ich auch nichts dran ändern. Hauge steht auch, äh, unbekannt noch nicht zur Verfügung, ne? Also, das wäre ja noch jemand, wenn er mal wieder fit ist, aber der ist, glaube ich, immer noch Muskelverletzt oder... Ist zumindestens mein letzter Stand, dass er immer noch, äh, mit dem Muskel da rumarbeitet. Aber du hast natürlich vollkommen recht, wenn man die Muskelverletzung dann dementsprechend wieder auskuriert, das wäre ja auch eher eine gute Option. Ich glaube, auch bei ihm müssen wir sehen, dass wir ihm da noch mal mehr die Möglichkeit geben, aber das ist halt jetzt der Status und der ist auch nicht so schlecht. Ja, sehr schön. Dann haben wir doch da eine, eine Aufstellung, äh, zusammengebaut und dann kommt jetzt, äh, die große Frage nach den Ergebnistipps, meine Damen, meine Herren. Marvin, fang du doch mal an. Gegen Augsburg, wie wird dann das Spiel ausgehen? Ähm, tja, ich sag mal, engere Partie. Ja. Zwei, eins für die Eintracht. Okay. Dennis. Ich glaube, Augsburg macht irgendwann auf und wir gewinnen eins zu drei. Patrizia. Ich würde auch drei, eins sagen, ähm, weil Hoffenheim hat's auch geschafft und die Eintracht hat auch Qualität auf dem Platz. Von daher drei, eins. Da bin ich bei Dennis. Ja. Ich bin ganz mutig und sag, wir gewinnen zu Null, nämlich, äh, mit zwei Toren Vorsprung, also zwei Null für uns. Gut. Hm? Alles in Ordnung. Wo ist das? So, und dann müssen wir jetzt nochmal über Transfers sprechen. Das Winter Transferfenster ist ja seit Anfang des Monats offen und, äh, man hatte ja gehofft, dass das ein oder andere schon relativ früh passiert. Und, äh, bislang ist nur eines passiert, nämlich, dass man sich auf einen, äh, Wechsel von Fabio Blanco weg von der Eintracht, äh, zu Barcelona verständigt hat. Ähm, war jetzt wahrscheinlich nicht so überraschend und trotzdem finde ich's ein bisschen ärgerlich, dass man da zumindest auf dem Papier ein großes Talent jetzt gehen lässt, ob das jetzt wirklich spielerisch alles so funktioniert hätte, wie man sich das im Kopf für die nächsten zehn Jahre ausgemalt hat, weiß man ja nie. Aber so ein bisschen, so eine leichte Traurigkeit ist dann da trotzdem irgendwie vorhanden. Bin ich da zu sentimental, Marvin? Das Problem ist, ich verstehe deine Haltung und ich verstehe auch so ein Stück weit die Frustrationen einiger Eintracht-Fans, die gesagt haben, super, da geht an sie als wirklich ein krasser, guter Spieler durch ihr Lappen. Tatsächlich muss ich sagen, dass ich das in dieser Gänze nicht objektiv genug bewerten kann. Also ich hab den Spieler ein paar Mal gesehen, aber auch gegen Gegner, deren Qualität ich als mittelmäßig einschätzen würde. Also deswegen weiß ich nicht genau, was er zu leisten imstande ist. Wir wissen, dass er ein großes Talent ist, sonst hätte der FC Barcelona auch nicht gesagt, okay, den nehmen wir jetzt hier mit Handkuss. Es ist trotzdem ein Versprechen in die Zukunft, was eingelöst werden muss, aber vielleicht auch die optimalen Rahmenbedingungen bekommt. Und da müssen wir auch sagen, da muss ich die Eintracht natürlich auch in die eigene Nase fassen, wir haben diese Rahmenbedingungen nicht. Und dann ist es auch für ihn einfach nur smart und besser zu sagen, vielleicht gehe ich dann zurück zu Barcelona. Die Frage ist, warum er denn in the first place überhaupt zur Eintracht gekommen ist, wenn du die Rahmenbedingungen ihm nicht bieten kannst. Wir werden es nie herausfinden, ob es bei der Eintracht geklappt hat. Nur wenn er halt nächste Saison mit 20 Toren in Spanien dasteht, dann werden wir uns natürlich ärgern. Das ist doch diese Doppelwürdigkeit des Eintracht-Fans. Ja, dann beißen wir uns alle ganz offiziell ganz kräftig in den Hintern. Aber ja gut. Aber ich will nochmal, um zu deiner Frage, die in einem Satz zu beantworten, sorry, dass ich den immer so ausschweifend bin. Alles gut. Aber ich würde sagen, für mich ist es jetzt querkraftbar, weil ich glaube, es hätte nicht in Frankfurt so gut gepasst. Und da das für mich jetzt der Fall ist, sage ich, okay, dann viel Glück woanders. Bevor wir uns noch ein halbes Jahr damit rumärgern, dann wird er auch nicht zufriedener. Dann ist es auch für ihn scheiße. Ja, und die Erwartungshaltung wächst am Ende. Und ob er sie dann überhaupt hätte einlösen können, weißt du auch nicht. Also die Voraussetzung ist wahrscheinlich von vornherein keine allzu gute dann. Ja. Ein anderer Transfer, wo man, der noch nicht stattgefunden hat, wo man aber größte Hoffnung hatte, dass er dann tatsächlich jetzt stattfindet, ist Younes, der, so glaubte man zumindest, quasi schon in der Türkei ist. Und es am Ende dann, so wie man gelesen hat, daran gescheitert hat, dass man, dass der Spieler und der aufnehmende Verein sich nicht über ein Gehalt einigen konnten. Und er damit weiterhin als ungeklärtes Thema hier rumläuft. Finde ich ein bisschen ärgerlich, aber vielleicht passiert da ja tatsächlich noch was. Oder habt ihr die Hoffnung da aufgegeben, dass sich da in diesem Winter was tut? Nee, ich hab die Hoffnung nicht aufgegeben. Es scheint sich ja jetzt, glaub ich, auch ein bisschen was aufzutun. Irgendwie in den arabischen Raum oder sowas, hab ich heute erst gelesen. Ja, ja. Das stand aber ja auch auf dem Zeitpunkt. Das kann auch nicht zufrieden sein, wenn er eigentlich nur zu Hause sitzt und sich fit hält irgendwie. Von daher glaube ich, dass sich da eine Lösung finden lässt. Vor allem auch, wenn Neapel jetzt sich auch Richtung Verkauf oder so öffnet. Ja, gehe ich ganz d'accord. Ich hoffe, dass das jetzt sich schnell einfach jetzt löst, weil ich bin jetzt der ganzen Sache auch überdrüssig. Mir reicht das jetzt auch. Es ist jetzt oft genug auch gewesen, dass er sich quergestellt hat. Man kann jetzt auch nicht immer anderen Vereinen irgendwie die Schuld geben. Das hängt zu einem großen Teil leider wirklich an ihm und seiner schwierigen, wie soll ich sagen, Lage, dass er nicht offenbar alle Angebote annimmt. Was man natürlich auch verstehen kann, ja. Aber es gab immer wieder Angebote, Möglichkeiten, wenn er weiterspielen will, wird es jetzt auch Zeit. Weil ich sage auch mal ganz klar, in einem Jahr wirst du keinen Verein mehr finden. Das ist jetzt ein halbes Jahr, hat er nicht Fußball gespielt. Andere Fußballspieler, die auch gut waren, haben mit Mühe und Not ein halbes Jahr, nachdem sie ein halbes Jahr raus waren, irgendwie noch einen Verein gefunden. Also es wird auch für ihn Zeit. Nicht die ganze Welt dreht sich um ihn, sondern es ist jetzt auch mal an der Zeit, wenn er wirklich noch Profi sein will und aus seiner Fußballkarriere noch irgendwie Geld herauspressen will. Dann muss er das jetzt mal machen. Und ich hoffe wirklich, dass der Kelch jetzt am Final an uns vorbeigeht, dass der Laden jetzt durch ist und dass er irgendwo sein Glück findet, wie auch immer der nächste Haken mag kommen. Aus mir spricht ein wenig Unzufriedenheit, das muss man leider jetzt auch mal akzeptieren, weil das jetzt eine Posse ist, an der er auch einen gewichtigen Anteil hat. Und es ist immer so, man ist immer ein bisschen saurer, wenn man auch Emotionen reinsteckt, wenn man sich gefreut hat, dass ein Spieler irgendwie eigentlich gut ankommt. Und dann aber einem natürlich dann auch so einen Stich lässt. Insofern, ich bin so froh, wenn der Deckel drauf ist. Unbedingt, Marvin. Bin ich auch voll bei dir. Die Sache ist ja, mit tollen Fußballspielen und so weiter, ich glaube, die Ziele, wo es ihn da hinzieht, ob es Saudi-Arabien ist oder Dubai oder Katar ist, jetzt glaube ich dann, ja, muss man gucken, ob das jetzt die spielerische Herausforderung noch ist oder ob es dann... Das ist dem scheißegal, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, am Ende ist es wahrscheinlich egal, wo und wer, sondern die Frage ist, how much money? Ja, und lass es mich möglichst verblumt sagen, ja, so viel Geld, aber der Kontinent scheint ihm auch aus verschiedenen Gründen wohl besser zu liegen. Also insofern, dann ist es in Ordnung und dann macht er es halt, ja, aber nervt uns nicht mehr. Ja, der Zug ist auch abgefahren jetzt, glaube ich, mittlerweile. Also klar, er kam zu der Eintracht noch mit sportlichen Ambitionen, da hieß es ja auch immer noch Nationalmannschaft und so weiter. Der ist Nationalspieler geworden, Patricia, gib dir das mal, der ist bei uns wieder zum Nationalspieler geworden. Ja, und da hat er ja noch die sportlichen Ambitionen gehabt, aber ich glaube, nach der ganzen Posse jetzt wird das sowieso abgefahren. Das ist jetzt auch egal, jetzt kann er auch sonst wohin, wo halt eben nicht so viel Aufmerksamkeit auf den Spielern liegt, wechseln. Und solange er, glaube ich, noch mit der Karriere einigermaßen Geld machen kann, seine Familie ernähren kann, ich glaube, da ist er glücklich mit und sollte er dann wahrscheinlich auch tun, weil hilft ja alles nichts. Überleg dir mal das, der ist im besten Fußballer, Alter, 28, natürlich hat er Knochen, die nicht optimal sind für einen Fußballer. Das wissen wir. Er hat nicht die optimale Physis, er hat immer wieder Ausfallzeiten gehabt. Aber Leute, hätte der sich irgendwie komplett hier drauf eingelassen, dann wäre er auch mit 18 Spielen in der Saison, wäre ihm niemand böse gewesen und der wäre hier in den 18 Spielen, die er in der Saison gemacht hätte, wäre er gefeiert worden. Aber dass ihm irgendwas den Kopf so verwuselt, dass er den Fokus so wegschiftet, da muss ich sagen, bin ich auch froh, wenn der Käse einfach gegessen ist, dann reicht es mir. Wenn du Profifußball tust, ist auch schwierig und der hat auch viele Belastungen, was sich mit sich trägt, aber sich selber noch weitere Belastungen im Kopf zu machen, die dazu führen, dass er auch nicht mehr willens ist, für die Eintracht dann dementsprechend so zu spielen. Ja, dann ist gut jetzt. Lang genug, rumgepampert, irgendwann ist er auch gut. Man kann auch Spieler schützen, so lang wie es geht, aber irgendwann ist er auch gut. Jetzt reicht es halt auch mal. Ciao, Kakao. Man kann bei Marvin, wenn man genau hinhört, einen gewissen Frust da raushören. Aber man muss sehr genau hin. Ja, ganz genau. Zwischen den Zeilen und die Puben zur Seite stellen. Zwischen den Zaunfählen, die er um sich geschlagen hat, war eine gewisse Frustration. Ich habe eine sehr verblümte Kommunikation. Aber wenn ich schon dabei bin, muss ich auch noch ganz kurz festhalten, ich habe vorhin gesagt, dass Boree der zweitmeiste Spieler ist, also die zweitlängste Zeit auf dem Platz stand, das ist nicht richtig. Ich habe nochmal nachgeguckt, wollen hier keine falsche Informationen liefern, das war tatsächlich der fünftmeiste, also der Spieler, der am fünftlängsten auf dem Platz war bei der Eintracht, da haben natürlich die Defensivabteilung und auch Kostic übrigens und auch Soh waren länger auf dem Platz. Also ich will es nochmal ganz kurz sagen, aber trotzdem, Boree für den Stürmer schon extrem viele Stunden abgerissen bei der Eintracht. Das ist korrekt. Ja, genau. Da muss man jetzt langsam mal über die Thematik der Zugänge sprechen und da steht ja auch immer wieder ein Name im Raum, nämlich Colomuani von FC Nantes. Und wer da definitiv keine verbühmte Kommunikation hat, ist der, was ist der Geschäftsführer, Vereinsvorsitzender von Nantes, der ja jetzt wieder irgendwelche, ich nenne es jetzt einfach mal Gerüchte, weil bislang gab es ja keinerlei Beweis oder keinerlei Aussage dazu von irgendwelchen unrechtlich vereinbarten Vorverträgen zwischen der Eintracht und dem Spieler und erneut irgendwie zur FIFA rennen will, um da irgendwie sich zu beschweren, dass ihm einer sein Schäufelchen weggenommen hat. Das wirkt auch so ein bisschen wie so eine schlechte Schmieren-Komödie mittlerweile, oder? Ja, es ist sehr dubios. Patricia, steigst du da noch durch oder bist du mittlerweile auch ausgestiegen? Ich bin ausgestiegen, wenn ich ehrlich bin. Das Letzte, was ich jetzt noch gelesen hatte, war, dass ja der SC Freiburg wohl noch mit eingestiegen ist und geboten hat und angeblich hätte ja Nantes gesagt, sie hätten gerne an Freiburg verkauft, aber der Spieler hat es abgelehnt und will unbedingt zur Eintracht. Macht es irgendwie auch nochmal sympathisch deswegen. Das war, glaube ich, der Punkt, wo ich dann ausgestiegen bin und überhaupt gar nichts mehr darüber gelesen habe. Ja, ich bin immer noch zuversichtlich, dass das klappen wird, auch egal, wie viel Krakelerei da jetzt noch drumherum ist vom abgebenden Verein, sagen wir mal so. Stimme ich dir vollkommen zu. Natürlich ist es für den abgebenden Verein, den du eben auch schon benannt hast, natürlich ein größeres Problem, weil ganz klar, die würden, ja, die sind natürlich erpicht darauf, wenn er geht, und das hat er wohl ja klar kommuniziert, dass halt Nantes noch ein paar Millionen bekommt. Und das ist halt gerade genau das, was halt offenbar nicht stattfindet. Der Moani wurde ja in vielerlei Hinsicht auch vielen Vereinen angeboten. Also es muss wohl so gewesen sein, dass auch der Verein dann dementsprechend auch sehr aktiv bei anderen Vereinen unter anderem auch bei Liverpool den Spieler angeboten hat, was natürlich für die allermeisten Spieler interessant ist. Das ist aber jetzt nicht weiter tiefergehendes Interesse gewesen. Wie gesagt, es gab die Gerüchte bezüglich Freiburg, da war man auch sich wohl relativ nah, aber es ist wohl so, die Eintracht hat ja auch wahrscheinlich noch, ich weiß nicht, ob die einen Vorvertrag unterschrieben haben, das kann ich nicht sagen, das wissen wir nicht, aber schon so einen festen Vertrag, relativ in trockenen Tüchern, dass die auch, und das muss man ja auch sagen, wo klar ist, Handgeld gibt es ordentlich für Kolomorny. Das heißt, die Ablöse wird er wahrscheinlich dann komplett ins Handgeld einstreichen und das überzeugt ihn dann wirklich bei der Eintracht zu unterschreiben. Und deswegen bin ich auch relativ sicher und auch Grösche hat heute nochmal in einem Interview gemeint, dass er da sehr, sehr zuversichtlich ist mit Sommer, heißt aber gleichzeitig im Winter nicht. Das würde für uns übrigens auch bedeuten, das will ich auch nochmal weiter hier in die Runde geben, was haltet ihr jetzt davon? Klar, wenn wir froh sein können, oder wir können froh sein, dass wir einen Spieler dieser Qualität dann im Sommer bekommen, aber Dennis, das würde gleichzeitig schon ein bisschen bedeuten, die immerwährende Stürmerforderung eines manchmal hier Protagonisten, Basti Red, der ja immer wieder sagt, dass er ganz gerne einen Stürmer hätte, da muss man schon sagen, das würde eher unrealistisch werden, wenn eh klar ist, dass Moani im Sommer kommt, oder? Bin ich leider genau deiner Meinung, ja. Ich muss auch sagen, es ist für mich aber ein falsches Zeichen, was wir erreichen wollen in dieser Saison. Du bist ja wirklich schön vorne herangerückt durch diese sehr, sehr gute zweite Hälfte der Hinrunde und ja, 27 Punkte momentan, wie viel sind es denn auf Hoffenheim auf drei, fünf Punkte oder vier Punkte, glaube ich sogar nur. Also, ich muss sagen, das ist die größte Baustelle, die wird hier anscheinend nicht gelöst, das ist für mich nicht nachvollziehbar, muss ich wirklich sagen, das ist für mich ein falsches Zeichen. Du kannst, du hast hier wieder die Möglichkeit, gerade mit Corona, wo eh alles hin und her gewürfelt wird und du verrückte Spielsituationen hast. Also, ich würde das Risiko gehen. Ich hoffe darauf, dass vielleicht noch eine Laie für ein halbes Jahr irgendwo aus dem Hut gezaubert wird und wir dadurch, naja gut, jetzt seien wir ja für ein halbes Jahr und danach können wir hier mit Moani im Sommer dann weitermachen. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass wir mit dem Personal, was wir haben, auskommen müssen, hoffentlich keine großen Abgänge jetzt noch haben und ja, ist aber trotzdem schade. Ich finde, es ist, du lässt eine sehr, sehr gute Position momentan ungenutzt, kann natürlich auch immer ins Auge, nach hinten losgehen. Es kann sein, dass der Stürmer gar nicht trifft etc. etc. Aber ich weiß nicht, wie seht ihr das denn? Also, ich hatte ja irgendwann zur Mitte der Hinrunde schon mal die These in den Raum gestellt, dass ich glaube, dass da im Winter stürmertechnisch nichts passiert. Ich befürchte, dass sich diese These jetzt bestätigen wird und da wirklich nichts passiert, es sei denn, und das weiß ich nicht, wie da die finanziellen Verhältnisse bei Nantes aussehen. Da gibt es ja doch den ein oder anderen französischen Verein, die aufgrund dieser ganzen Wirren, die die da mit den TV-Rechte-Inhabern haben, schon so ein bisschen klamm sind, was so Kontostand angeht. Es sei denn, die sind jetzt irgendwie wahnsinnig in Geldnot und brauchen da Kohle, aber ansonsten befürchte ich fast, ist das der einzige Spieler, der da wirklich in Frage gekommen wird und dass da nichts passieren wird im Winter. Ich halte das auch für nicht optimal und das wird uns gerade auch mit, wie Marvin das vorhin gesagt hat, weiterhin kommenden Ausfällen auch im Sinne von Corona wehtun. Aber ich glaube auch, man kann da jetzt nicht unendlich viel Geld investieren, weil wir ja auch, und das bleibt ja auch an der Corona-Thematik hängen, wieder erneut mit weniger Einnahmen rechnen müssen. Das ist genau der Punkt, das ist ein wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst, weil wir haben ja gesehen, das erste Spiel jetzt schon ohne Fans, wer weiß, wann das weitergeht. Wir erleben jetzt natürlich auch dadurch, dass wir jetzt die Schulen wieder öffnen, da wird es nochmal einen weiteren Anstieg der Corona-Zahlen geben, Omikron ist relativ ansteckend, das heißt, da passiert auch was. Irgendwann werden wir damit wahrscheinlich auch anfangen zu leben, in jedweder Hinsicht müssen wir mal gucken, wie das dann weitergeht, aber das heißt natürlich, die nächsten Wochen wird es auch erstmal keine Fans im Stadion geben. Also alles eine schwierige Thematik. Patricia, würdest du dir trotzdem irgendwie irgendein Fenster überlegen können, in dem ein Leihweiser-Transfer noch möglich wäre oder trotzdem noch jemand geholt wird? Oder sagst du auch, dass es auch wirtschaftlich allein sinnvoll ist, zu sagen, man geht daher Richtung Sommer? Ja, also ich weiß halt nicht, inwiefern das vielleicht so ein Deadline, Redline Day Thema wird noch, ob sich da noch irgendwelche Dinge öffnen, von denen man jetzt vielleicht noch gar nicht so genau weiß. Aber ja, ich fände es sehr schade, wenn es erst im Sommer passiert, ehrlich gesagt. Vielleicht gibt es ja auch noch irgendeine Möglichkeit, sich doch mit Norn zu einigen und vielleicht doch eine kleine Ablöse zu zahlen, dann hat Norn nochmal Geld und die Eintracht reißt sich vielleicht nicht so ein krasses Loch in die Kassen, weiß ich nicht. Ich stecke leider nicht in dem, oder vielleicht auch besser so, dass ich nicht in den Finanzen der Eintracht stecke, weil ich nicht besonders gut in Massen bin. Das würde wahrscheinlich nicht so gut ausgehen. Nee, also ich würde da schon für plädieren, dass man da schaut, was, ja, dass man da gut abwägt, was möglich ist und was eben nicht. Falls es irgendeine Möglichkeit gibt, ihn vielleicht doch schon im Winter herzulocken, würde mich das sehr, sehr freuen, vor allem mit Blick auf Flexibilität im Spiel der Eintracht. Und auch, es würde mich entspannen, wenn man bedenkt, wie schnell das auch mit Verletzungen gehen kann. Also wenn du jetzt sagst, okay, Bore startet gerade richtig durch, ja, was ist, wenn er sich verletzt? Verletzt hoffentlich nicht, aber was, wenn? Und dann hast du halt eben wieder ein Problem im Sturm und musst dann halt schauen, ach, irgendwie bisher nicht so gut reingekommen. Paciencia eher so ein Joker, vielleicht muss er es dann machen. Lama ist aktuell gar kein Thema. Schwierig. Deswegen würde ich mir wünschen, dass er im Winter kommt, aber ich habe es, glaube ich, zuletzt auch schon gesagt, ich hätte jetzt auch nicht die allergrößten Bauchschmerzen, wenn es eben nicht klappt mit einem Stürmer. Es wäre schade, aber ich glaube trotzdem, dass die Eintracht auch so genug Qualität hat, vorausgesetzt man bleibt einigermaßen verschont von schwerwiegenden Ausfällen. Dann würde ich auch denken, dass trotzdem eine gute Rückrunde gespielt werden kann, auch in der Offensive, dass Glasner da gute Ideen hat und auch mit dem Personal arbeiten kann, das er hat. Aber das ist dann halt eben immer so ein Risiko. Du wandelst da halt echt auf schmalem Grat, wenn du hoffen musst, dass da nichts Größeres passiert an Verletzungen oder Ausfällen. Deswegen sehr gerne im Winter, aber falls es nicht klappt, habe ich trotzdem noch irgendwie den Optimismus in mir, dass wir es auch so nochmal schaffen bis zum Sommer und dann die gewünschte Verstärkung bekommen. Ist schon krass, weil im Endeffekt dieser Abnutzungsprozess, der dann irgendwie weiter stattfinden würde. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ich kann es auch noch gar nicht abschätzen, in welcher Tiefe das jetzt alles in der Rückserie noch passiert. Gehen wir mal davon aus, dass sich wirklich mehrere Leute mit Corona infizieren und dass dann mehr Spiele oder weniger Spiele mehr Einsatzzeiten haben und das dann auch abrocken. Wir sind auch international vertreten, darf man übrigens auch nicht vergessen. Das heißt, wir haben noch ein ordentliches Programm. Also aus dieser Warte muss man sagen, klar wäre es geil und Patricia hat es wunderbar illustriert. Es ist halt, vielleicht tut sich noch was, du hast ja gesagt Patricia, vielleicht ist es wirklich so eine Redline-Day, Deadline-Day-Sache, dass wir am letzten Tag tun sich nochmal Fenster auf. Der will nochmal den holen, dafür wird der andere auf die Ersatzbank gekarrt. Das heißt, vielleicht könnte man den da nochmal verpflichten. Ist alles möglich. Aber ich glaube auch so von dem, was ich gerade so ein bisschen höre, was ich mitbekomme, dass ein Köscher natürlich umsichtig ist, aber eigentlich nicht wirklich viel Hoffnung macht, dass da großartig viel Bewegung reinkommt. Außer wir könnten den ein oder anderen Spieler vielleicht noch abgeben. Wir haben es ja vorhin schon illustriert. Und auch ein Danny da Costa, wenn wir jetzt über Augsburg sprechen, steht ja immer wieder in Verbindung mit dem FC Augsburg. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, weil er ja irgendwie relativ wenig Einsatzmöglichkeiten bei der Eidrat hat, dass er dorthin wechselt. Dann würde es vielleicht eine Ablöse geben. Dann könnte man eventuell damit was machen. Und ich glaube auch, dass Danny da Costa ein Spieler ist, der durchaus ein paar Euro bindet. Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber ohne markante Abgänge kaum neue Zugänge. Barkok ist ja auch noch so ein Kandidat, wo du auch nicht weißt, wie es ist. Wird halt jetzt nichts passieren, weil er den ganzen, wenn es für ihn gut läuft, sportlich kann man sagen, ist er die ganze Transferphase eigentlich beim Afrika Cup und danach, der wird sich auf den Sommer vorbereiten. Ist er dann auch ablösefrei. Ja, aber da war. Ja gut, aber wenn die Junis-Thematik dann jetzt auch endlich vom Tisch ist, dann hast du das Gehalt, was dann da auch wieder frei wird, dann kannst du vielleicht auch damit wieder irgendwas machen. Ja, also wenn dann ganz spät in diesem Transferfenster, dass dann da in der Richtung noch was passiert und dann dauert es ja auch wieder ein paar Wochen, bis dann der Spieler sich eingewöhnt hat. Also von daher dann eher perspektivisch hinten dran. Geht es hier nicht so ein bisschen auch um das Thema Zielsetzung? Was will die Eintracht eigentlich erreichen? Ihr habt es schon richtig gesagt. Wir spielen noch international. Ja, wir können hier um europäische Plätze mitspielen. Wir haben definitiv aus der Hinrunde eine gute Ausgangssituation geschaffen. Auch mit Mannschaften, die im Endeffekt da vorne noch drinstehen. Hoffenheim, Freiburg, Köln. Hier auch Berlin ist ja auch noch vor uns mit einem Punkt. Also das ist jetzt nichts, was du, wenn du performst, nicht noch hinter dir stehen lassen kannst. Und das ist schon, ich glaube, das Personal, die Situation, die auch Patricia gesagt hat. Ich glaube, das Personal ist auf jeden Fall gut genug, um hier keine Sorgen zu haben, dass du nochmal irgendwie hinten in die Region abrutschst, dass du wirklich hier um die Saison Angst haben musst, dass du komplett einprichst. Ich glaube aber, das Personal ist auch mit Ausfällen und so weiter, plus internationale Belastung und was noch alles dazu kommt, weiß ich nicht, ob wir dann tatsächlich um einen Platz 3, 4, 5, 6 irgendwie mitspielen können. Ob das mit einem Stürmer dann wirklich funktioniert, steht ja auch auf einem ganz anderen Blatt. Und ich bin vielleicht da auch zu risikofreudig für, deshalb auch gut, dass ich nicht die Finanzen der Eintracht mache. Aber ich finde, das ist eine Chance und eine Situation. Hier muss auf jeden Fall nachgedacht werden, was will die Eintracht denn eigentlich erreichen? Ist es eine Übergangssaison? Sind wir mit Platz zwischen 8 und 12 zufrieden? Weil das glaube ich, das ist machbar, auf jeden Fall mit dem aktuellen Kader auch. Nach oben hin hast du einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, wenn du natürlich noch Personal dazuholst. Ist es finanzierbar? Ich weiß es nicht. Ich fände es trotzdem schade, auch die internationale Seite, wo man auch sagen muss, oh Mann, das ist aber ganz schön belastend. Und Boré, wir haben immer darüber gesprochen, er kam ohne Pause eigentlich zu uns, hat sofort gespielt. Dann spielt er und spielt und spielt. Irgendwann braucht er mal eine Pause. Irgendwann wird er auch in ein Leistungsloch fallen. Ich hoffe zwar nicht, aber jetzt mit so einer kurzen Winterfälle, der Pause, also es ist schon schwierig. Es ist wirklich eine Situation, ich will hier nicht in der Verantwortung stehen. Aber ich hätte es mir schon gewünscht, dass wir hier noch irgendwie jemanden haben für da vorne drin. Da bin ich schon Team Basti, der das ja seit, ich glaube Spieltag 2 so ungefähr fordert. Aber gut, so ist es halt, ne? Nee, wie du sagst, so ist es, klar. Aber das ist halt genau die Abwägung, die die Eintracht und gerade die Verantwortlichen mit Kröscher einfach treffen müssen. Und ich glaube, das ist wirklich eine schwierige Entscheidung. Weil ich denke, natürlich wissen sie, dass da vorne gibt es gewisse Schwierigkeiten. Ja, dass du auch, du hast wahrscheinlich auch mit einem anderen Stürmer geplant. Im Sommer, dann ist es, hat das nicht geklappt. Ich glaube, dass man mit Kolo geplant hat und dann hat es nicht so geklappt. Und dann hast du gedacht, okay, jetzt hast du Lammers dann relativ kurzfristig bekommen. Ja, das sind halt alles so Wetten, das kann funktionieren, kann auch nicht funktionieren. Andererseits kann es auch mit dem aktuellen Kader noch gut funktionieren. Wir haben gesehen, welche wunderbare Spiele, die beispielsweise gegen Leverkusen gemacht haben, wo du gedacht hast, okay, was war das für ein dominant brutaler Auftritt der Eintracht. Also du siehst, es gibt diese Ausschläge und die Mannschaft hat es von Potenzial. Die Frage ist, ob man es halt über die Runden bekommt. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, da ist es auch wichtig für Krösche, der in einer immens finanziell schwierigen Situation die richtigen Schlüsse ziehen muss. Und vielleicht ergibt sich aber noch mal was. Und das ist genau das, da müssen wir die nächsten Wochen abwarten. Es kann schon sein, dass wir wirklich kurz vor Ende des Transferfans das noch mal einen krassen Transfer bekommen. Leihweise, weil wieder einer der Spieler, die wir vielleicht auch kennen aus Deutschland, nicht die Einsatzzeit bekommt, die er sich gerne erhofft und dann doch noch mal bei der Eintracht aufschlägt. Ja. Dann standen da ja noch andere Namen auf der Gerüchte, hoffentlich Transferliste. Unter anderem ein gewisser Ali Doof vom HSV. Habt ihr denn da noch mal irgendwas gehört? Letzter Stand war ja, dass man auch da sich nicht über eine Ablöse einigen könnte. Wäre ja tendenziell eher so Links-Außen-Position, also wahrscheinlich eher so ein Kostic-Satz-Nachfolger. Haltet ihr das noch für wahrscheinlich, dass da noch irgendwas passiert? Also, ich glaube, Patricia, korrigiere mich, wenn das das Letzte ist, was ich gehört habe, ist eher, dass es auch eher Richtung Sommer vielleicht geht. Also es gab natürlich die Gespräche, dass man bei Ali Doof gesagt hat, naja, vielleicht wäre das jetzt auch wirklich was für den Winter. Und mehrere Seiten haben es probiert, aber auch erneut. Ist hier die Transfer- und die Ablöse-Thematik relevant, ne? Also das heißt, wie viel ist der Eintracht bereit zu bieten? Und der Eintracht hat für sich ein Limit gesetzt. Und offenbar war das nicht dementsprechend, was der HSV ganz gerne gesehen hätte. Und dementsprechend wird man den Transfer zum Sommer machen. Ist jetzt auch kein Drama, weil man muss ja auch sagen, dass Ali Doof kein Spieler ist, bei dem wir sagen, der muss jetzt sofort hierher kommen, weil sonst ohne den funktioniert es nicht. Will dem auch nicht zu viel aufbürden. Also vielleicht ist für ihn ein normaler, relaxter Sommerstart auch gar nicht verkehrt. Ja, sehe ich ähnlich, glaube ich. Also Fint ist ein interessanter Spieler, aber wahrscheinlich auch nicht eine direkte Verstärkung. Also ich weiß ja nicht, wie weit er dann schon ist, wenn er bei der Eintracht aufkreuzt. Wäre aber natürlich auch gut, wenn er dann doch schon im Winter da wäre, dass man ihn so aufbauen kann und vielleicht sogar im Sommer dann eine Hilfe ist. Klar, das hilft immer, je früher der Spieler beim Verein ist. Aber ja, letztendlich, wenn das finanziell jetzt aktuell nicht machbar ist, beziehungsweise die Vereine einfach noch zu weit auseinander liegen, sodass das in diesem Transferplatz da eben nicht mehr vonstatten geht, dann glaube ich, kann man das sogar eher verkraften als einen Stürmer. Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann sofort den Stürmer her und Ali Doof dann im Sommer. Also ich glaube, das ist jetzt erstmal nicht das Allerdringendste. Wobei er ja, ich weiß, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber wohl auch auf der rechten Seite kann, beziehungsweise noch so jung ist, dass man denkt, man kann ihn da vielleicht auch mal rechts ausprobieren. Was ja ganz geil wäre, so ein eher Kostich-Pondor mal wieder auszuprobieren, weil, naja, wir lächzen alle danach und es kommt nie. Deswegen wäre das auch schon ganz geil. Also muss ja gar nicht der Kostich-Ersatz sein, könnte ja sogar sein Partner ins B sein. Falls Kostich dann bleibt, weiß man ja auch nicht. Das ist auch korrekt, ja. Genau, das sind so die Verpflichtungen, die im Raum des Möglichen erscheinen. Wie gesagt, es wird sich noch ein bisschen was tun. Wir hatten ja auch immer wieder die Thematik, was ist mit Patienz? Gibt es da noch Granada? Sind die noch interessiert? Würde das noch funktionieren? Den werden wir auf jeden Fall nicht mehr bekommen, ist Marcel Heller, der ehemalige Spieler von der Eintracht, der auch lange bei Darmstadt gespielt hat. Der ist jetzt wieder in Frankfurt, allerdings beim FSV Frankfurt. Grüße an dieser Stelle. Ich finde es unfassbar, dass Marcel Heller, der gefühlt aus einer anderen Fußballzeit sein scheint, immer noch kickt und auch jetzt wieder in Frankfurt in der Vierten Liga kickt. Offenbar ist jetzt gerade für die Vierte Liga Stürmerwochen. Denn der eine oder andere mag ja Hussin ja kennen, der früher auch mal in der Bundesliga gekickt hat bei Köln, der spielt jetzt in Offenbach. Also zumindest die Viertligisten haben ihre Stürmer schon gefunden. Vielleicht können wir uns da eine Scheibe von abschneiden. Und dann tauchte ja heute noch ein Name auf, nicht von einem Stürmer, sondern von einem Innenverteidiger. Ich kann den Vornamen nicht aussprechen und ich werde es auch nicht versuchen. Nachname Smolcic aus der ersten kroatischen Liga. Ein Innenverteidiger, ein recht junger, beim gleichen Berater unter Vertrag wie unter anderem ein gewisser Herr Jakic. Der tauchte die letzten Tage auf einmal gerüchtetechnisch auf. Und da hieß es, dass man sich quasi auch schon einig sei, auch was die Ablöse angeht, die wohl irgendwo so bei zwei, zweieinhalb Millionen liegt. Und es quasi nur noch an der Unterschrift unter dem Vertrag liegt. Und das führt natürlich dann direkt zu der Frage, Innenverteidiger, ist er jetzt dann Ersatz für den im Sommer gehenden Dicker? Oder vielleicht für den im Sommer gehenden Hinteregger? Oder ist das nur einfach eine gigantische Nebelkerze? Marvin, du bist doch hier unser Transfergerüchtsexperte. Was ist da dran? Also ich glaube, wir sollten das eine nicht mit dem anderen in Verbindung setzen direkt. Also ich glaube, es ist schon realistisch, dass gerade ein Dika, wenn alles normal läuft, relativ bald die Eintracht vielleicht schon irgendwie verlassen könnte. Das ist ganz logisch. Ich glaube, spätestens nach dieser Saison müssen alle französischen Top-Fußballvereine, da gibt es nicht ganz so viele von Grüße an dieser Stelle, aufmerksam auf einen Dika geworden sein oder werden. Und auch internationale Top-Klubs dürften sich die Augen reiben und denken, okay, der Dika, das ist jemand, der mit diesem Spielwitz, mit dieser Intelligenz und auch mit dieser Reife schon in diesen jungen Jahren, den würde ich ganz gerne bei anderen Vereinen sehen. Da kann ich mir das vorstellen. Aber Smallshit ist natürlich, glaube ich, trotzdem eine smarte Verpflichtung, weil du das jetzt auch noch relativ günstig tun kannst. Also in dem Alter mit 21 ist natürlich jetzt nicht mega jung, aber hat sich gut in dieser Liga wohl eingefunden schon seit einigen Jahren. Und das ist auch alles, was ich zu ihm sagen kann. Aber von dem, was ich gelesen habe, muss das sehr gut sein, auch weil er relativ variabel und auf der linken Seite spielen kann, sowohl als Linger-Innenverteidiger als halt auch als Linksverteidiger. Und es würde ihm helfen. Und man muss aber auch sagen, die Ausstrahlungswirkung, was jetzt Njakec wieder bei der Eintracht gebracht hat, performt hat und was es ihm auch gleich eingebracht hat, und zwar eine Nominierung für die Nationalmannschaft, das strahlt natürlich nach Kroatien aus. Und dann ist die Eintracht potenziell auch interessanter Arbeitgeber. Also ich würde es auf jeden Fall machen. Allein, weil ich glaube, wenn du nicht unfassbar viel Geld ausgibst, wenn du alles im Rahmen von bis zu zwei, bis zu drei Millionen raushaust, dann glaube ich, ist das ein Geschäft, was man mal eingehen sollte. Weil man ja auch schon gute Erfahrungen gemacht hat. Ich glaube, der abgebende Verein will aber doch vier Millionen haben. Irgendwo hatte ich das doch gelesen, dass die ein erstes Angebot wohl abgelehnt hatten und vier Millionen gefordert hatten. War das so? Jetzt weiß ich es jetzt nicht mehr. Es ist natürlich immer so, dass man kann sich immer noch was bewegen. Ich meine nur, also ist natürlich aber jetzt nicht unsere Hauptbaustelle. Es ist so, es ist so und bleibt so. Und die Patrizia hat so schön gesagt gehabt, alles kann, nichts muss. Es gibt aber sicherlich noch zwingendere oder drängendere Positionen, die auf jeden Fall unbedingt abgearbeitet werden müssen. Ja, ich finde es aber schon vorausschauend ganz gut eigentlich, wenn man bedenkt, dass Indica ja gehen könnte. Ich möchte nicht drüber reden. Ich weiß nicht, wie ich diesen Tag verbringen werde, aber okay. Wie wir alle irgendwo weinend in der Ecke. Wahrscheinlich, ja. Aber man muss ja auch bedenken, Tuta kam ja auch als sehr junger Spieler zur Eintracht und ist jetzt eigentlich schon fast gesetzt. Also kann ja nicht schaden, sich da noch jemanden zu holen als Backup und den aufzubauen. Weil man hat auch bei Tuta gesehen, es kann ganz schnell gehen, dass man dann doch ins kalte Wasser geworfen wird. Und dann ist es, glaube ich, nicht schlecht, so ein junges Talent zu haben, auch für die Innenverteidigung. Das hat bisher ja auch sehr gut funktioniert. Also Indica kam ja auch als junger Spieler zur Eintracht und hat sich hier gut weiterentwickelt. Das ähnlichen Weg geht gerade Tuta. Deswegen finde ich gut vorausschauend und sollte sich da ein guter Dealer geben, sehr gerne. Weil Innenverteidigung wird dann wahrscheinlich in Zukunft auch eine Baustelle werden, wenn das so weiter verläuft, wie man sich es vorstellt mit Indica. Und auch Hasebe wird ja nicht jünger. Klar, der ist immer noch fit und spielt immer noch. Vielleicht spielt er auch in fünf Jahren noch. Aber das weiß man eben nicht. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man da mal drüber nachdenkt und sich umschaut. Ja, sehe ich ganz genauso. Du sprichst es ja richtig an. Die Eintracht hatte schon einige Male nicht nur Glück, sondern auch Fortunen gehabt, dann dementsprechend die Spiele noch mal eine Stufe weiterzubringen. Also was man wirklich in diesem Jugendbereich gerade leider nicht sagen kann, wir haben über Blanco schon gesprochen, ist aber tatsächlich immer wieder der Fall, wenn Spiele relativ jung zu Eintracht gekommen sind. Ich würde auch ganz frech behaupten, dass der damals sehr talentierte Jesus Vallejo seine allerbeste Zeit bei der Frankfurter Eintracht hatte. Danach hat es nicht wieder gut funktioniert. In jedem Fall. Er ist halt jetzt bei Real Madrid und dümpelt dort herum, was eine furchtbare Entwicklung ist. Das muss man mal so sagen für einen Spieler, der in so jungen Jahren schon diese Souveränität ausgestrahlt hat bei der Eintracht. Da hatte ich echt gedacht, Alter, den müssen wir verpflichten. Ich glaube, es wäre auch mit ihm besser gelaufen, wenn er bei der Eintracht geblieben wäre. Und das hast du bei vielen anderen auch gesehen. Insofern glaube ich, dass für diesen Altersbereich die Eintracht da schon, wenn du sagen kannst, du kannst den auch relativ reinwerfen, schon gut ist. Deswegen diese Umsichtigkeit der Frankfurter Eintracht gerade mit Alidou, mit einem Kolomoani, mit auch einem Smolcic, wenn das alles festgezurrt wird, schon für die nächste Saison ist vielleicht auch genau das Smarte und Richtige, was du tust in Zeiten der Corona-Pandemie, wo du nicht das richtig viele Geld hast. Aber was du dann hast, dann lieber da reinsteckst und sagst, okay, dann machen wir früh den Deal und gehen dann wesentlich relaxer vonstatten, weil die und die Spiele haben wir schon. Da wird nicht jeder was von, aber ein paar. Und mit denen kann ich dann festarbeiten. Ja. Da würde ich euch zustimmen, dass man da schon an der Zukunft arbeitet, finde ich extrem gut. Trotzdem muss man die aktuelle Saison da nicht so komplett aus dem Auge lassen und überlegen, ob man nicht vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle Stürmer auch mal nachlegt. Gut. Habt ihr denn noch andere Transfergerüchte, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe, irgendwo mitgenommen, über die wir reden sollten? Nö, aber wenn wir jetzt schon dabei sind, wir haben es ja vorhin im Vorgespräch mal ganz kurz thematisiert, einen anderen Transfer könnte es bald geben, und zwar bei den Softdrinks. Ja. Ja, Frankfurt Eintracht scheint wohl bald ein Deal zu machen, wenn ich das so richtig lese, und zwar nicht nur mit Coca-Cola, sondern mit Pepsi. Es ist ein Deal im Raum, der der Eintracht jährlich bis zu zwei Millionen von Pepsi liefern soll. Da muss natürlich aber auch alles erst mal wieder stattfinden. Ich glaube, müssen auch die Fans dann auch wieder Pepsi trinken können. Ja, sonst bringt das, glaube ich, nicht ganz so viel. Aber das wäre zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wirklich ein Wechsel, weil ich glaube, die Coca-Cola war seit roundabout 16 Jahren bei der Eintracht. Schon, ja, war ein langer. Ja, und dementsprechend, wenn jetzt Pepsi kommt und Pepsi Max jetzt bald verkauft wird. Es geht auch darum, auch hier für die Eintracht möglichst viel Geld zu erwirtschaften, damit andere Faktoren, die gerade ausbleiben, halt irgendwie wieder reingeholt werden können. Zwei Millionen wäre natürlich dafür schon brutal viel Geld. Behalten wir das auch mal im Auge. Aber man merkt, dass die alle sehr umtriebig sind. Vor allem, wenn du siehst, was an Geld dort aufgeschrieben war, was man anscheinend aus diesem Coca-Cola-Deal zieht. Mit Sicherheit werden beide auch eine gewisse Grundausstattung für das Stadion mitliefern. Aber zwei Millionen im Jahr haben, macht schon einen gewissen Unterschied. Aber Frage an euch, seid ihr denn Team Cola oder seid ihr Team Pepsi? Patricia? Ich mag eigentlich beides, aber Cola eigentlich, also Coca-Cola trinke ich tatsächlich öfter. Aber wenn mir jemand Pepsi hinstellt, habe ich auch nichts dagegen. Ist unterschiedlich, aber ich finde es beides gut. Greife aber öfter zu Coca-Cola. Okay, Anschlussfrage, Cherry Coke, ja oder nein? Nicht so. Ist okay, trinke ich aber nicht gerne. Ich mag eher Vanilla Coke. Die finde ich ganz geil. Ah, ich merke schon die, ja, Patricia ist eigentlich bei der Getränkewahl dann eher die Schweiz, eher relativ neutral. Wie neutral bist du denn da, Mami? Ja, tatsächlich bin ich schon ein größerer Coca-Cola-Fan. Und auch nicht mal wegen des komischen Weihnachtsmannes, den die da, mag ich den Weg, sich da uns einverleibt haben, sondern irgendwie grundsätzlich bin ich schon eher Cola, also meistens eher so Coke Zero oder auch mal Light. finde ich schon besser, aber ich trinke auch den, nee, ich lege mich jetzt fest. Also für mich bin ich schon Team Coca-Cola, allein, weil mein Opa übrigens immer bei der Coca-Cola gearbeitet hat. Also muss ich dabei bleiben. Familie verpflichtet. Da kommt die Software, Softdrink-Leidenschaft. Die Softdrink, ach ja. Ohne Scheiß. Die Softdrink-Leidenschaft hängt auch mit Sicherheit damit zusammen. Es ist tatsächlich so. Ja, furchtbar. Nur darauf zurückzuführen. Ja, furchtbar. Dennis? Team Coca-Cola auf jeden Fall. Ja, Pepsi bin ich. Wahrscheinlich blind Verkostung würde ich es wahrscheinlich nicht mehr rausschmecken, so ungefähr. Nein, es ist. Doch. Ja, wahrscheinlich schon. Nee, aber also Team Coca-Cola auch mit den, was da noch dazu gehört, ob Sprite, Fanta und so weiter, ist eher meins, ja. Aber natürlich auch nur Coca-Cola, weil man die ja natürlich besser zu Jackie-Cola trinken kann. Ich wollte gerade sagen, es heißt Jackie-Cola, es heißt Cola-Bier, da taucht nirgendwo Pepsi auf. Das braucht keiner. Also die Kohle ja, aber trinken kannst du es nicht. Ja. Aber schauen wir mal. Genau. Wäre auf jeden Fall irgendwas. Haken dran. Wie ist es denn bei dir überhaupt? Ja, Cola. 100 Prozent. Ja, wie Marvin schon gesagt hat, Jackie-Cola, Cola-Bier, ist einfach das Mittel der Wahl. Und wenn mir jetzt einer um die Ecke kommt und sagt Apfelwein-Cola, dann klatscht es aber, ne? Also ich trinke das schon mal ganz gern. Ja, okay, okay, wir müssen diesen Podcast jetzt leider auch beenden. Ich bin immerhin nicht so schweizerisch wie Patricia. Hallo. Ich habe nichts zu Apfelwein-Cola gesagt. Nichts Unterstützendes vor allen Dingen. Aber auch nichts dagegen. Nein, ich brauche es nicht unbedingt. Ah ja, das war jetzt aber auch nicht so 100 Prozent dagegen. Naja, das war also schon eine starke Aussage. Gleich zu den anderen ja. Sehr schön. Gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, wir behalten das. Verdurste ich nicht bei dem Stadion der Eintracht. Müsst ihr drüber nachdenken, wenn ihr kein Pepsie trinken wollt. Und am Ende gibt es keinen Alkohol mehr, weil wegen, weiß ich nicht, Corona. Und dann steht ihr da und dann könnt ihr an eurem Wasser nuckeln. Kinderpunsch. Im Winter hinten, dann gibt es Kinderpunsch. Ich habe jetzt mal darüber nachgedacht. Ist denn von Pepsi, gut, was ich tatsächlich ganz gerne trinke, ist 7-Up. Übrigens, dieser Podcast wird jetzt nicht gerade gesponsert, wenn ihr das denken solltet von Pepsi. Leider nicht. Nee, aber Pepsi, wenn ihr zuhört, da würde sich auf jeden Fall was machen lassen. Nein. Auf jeden Fall. Aber es ist so, genau, 7-Up haben die. Die finde ich in Ordnung. Schwibshop ist auch okay. Ja, Schwibshop geht. Haben die nicht, ist es nicht auch Miranda? Ich glaube ja. Miranda meine ich. Miranda ist, glaube ich, ein Fußballspiel. Miranda. Ja, genau. Aber Miranda finde ich nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das gehört auch dazu, ja. Finde ich auch nicht so schlecht. Sehr gut. Trinke aber auch öfter Fanta, ehrlich gesagt. Ja. Da hoffen wir Coca-Cola die Nase vor. Ja, da sind wir auch wieder bei der Mischung. Fanta-Korn. Das ist nicht mehr Rinderkorn, das ist Fanta-Korn. Also das habe ich noch nie getrunken, aber gut. Hast du noch nie Fanta-Korn getrunken? Nee. Aber gut. Müssen wir dran arbeiten. Okay. Naja. Nun gut. 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 Also das tut sich an der Soft-Trink-Transfer-Front. Wir werden das alles natürlich im Auge behalten und in künftigen Sendungen darüber sprechen. Jetzt müssen wir noch ganz dringend über Empfehlungen sprechen, weil da hat mindestens mal der Marvin etwas, was er uns dort mitteilen will. Und ich suche mal gerade noch den Jingle, der ist hier. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Ja, Empfehlungen. Der liebe Marvin hat da was eingetragen. Es hat was mit einer anderen Leidenschaft von dir zu tun und ich spoilere jetzt ein bisschen und sage, es hat nichts mit Soft-Trinks zu tun. Mit was hat es gepasst? Leider. Vielleicht gibt es auch bald eine Doku über Soft-Trinks. Ich würde mich anbieten, liebe Leute. Nein. Aber du hast ja schon geteasert und ja, wie könnte es anderes sein oder anders sein? Ja, es geht um Wrestling. Und zwar gibt es eine neue Doku. Und zwar hat es mein Arbeitgeber geschafft, endlich mal eine Wrestling-Doku auf die Hauptplattform zu bringen. Mittlerweile eine neue Hauptplattform. Und zwar in die ARD-Mediathek. Und zwar heißt diese Serie, das ist zweiteilig, beziehungsweise zwei Staffeln, insgesamt zwölf Folgen von den Bastards. Also es ist eine wunderbare Doku, eine wunderbare Wrestling-Doku. Wenn ihr irgendwie denkt, so typische öffentlich-rechtliche Produktion, da habe ich keinen Bock zu. Das sieht mir alles zu Standard aus. Das hat einen megageilen Look. Es hat eine wunderbar, leichte, aber auch trotzdem interessante Erzählung, auch für Nicht-Wrestling-Fans. Für Leute, wenn ihr immer denkt, Alter, der Marvin, der labert hier wieder schon wieder diesen Podcast vom Wrestling. Warum fängt er damit an? Das ist ein Fußball-Podcast. Liebe Leute, schaut euch das mal an, dann versteht ihr es zumindest besser. Es geht um Frankfurter Wrestler und Wrestlerinnen, die auf dem Weg sind, ihr Glück zu finden. Aber viele tiefe Täler durchschreiten. Und es ist halt im Endeffekt eine richtig geile Doku. Schaut es euch an. Ich bin sehr froh, dass der HR in Verbindung oder in Kooperation mit 4Real Productions, die das gemacht haben, jetzt endlich veröffentlicht hat. Das ist wirklich eine herausragende Doku. Und selbst der Soundtrack gefällt mir richtig, richtig gut. Lohnt sich. Sehr schön. Alles live kostenlos, nicht live, aber alles kostenlos verfügbar. Das muss man mal ausnutzen. Da brauchst du diesmal keine Gebühr zahlen oder so wie bei Netflix oder so. Die ARD Mediathek habt ihr so. Ja, das ist korrekt. Wir hängen euch auf jeden Fall den Link in die Shownotes und dann findet ihr, ich glaube, man findet da jetzt auch schon alle 12 Folgen. Auf jeden Fall. Es ist alles released. Wir haben einen Komplett-Release gemacht. Es ist alles verfügbar. Es geht um Knochenbrüche. Es geht aber auch um das Wrestling Me Too beispielsweise, was im letzten Jahr passiert ist. Es geht auch ein bisschen um Corona, weil es natürlich sehr viele zurückgeworfen hat. Es geht um wirklich, aber auch eine tiefere Erzählung, was überhaupt Wrestling ist und was Wrestling für die Protagonistin ist. und wie man sich ja doch mit so einem Hobby echt nicht nur hobbymäßig, sondern auch professionell beschäftigen kann. Klingt auf jeden Fall mega spannend. Ich habe ein paar Auszüge gesehen und werde da auf jeden Fall mal reinschauen. Was haben die anderen denn vielleicht noch an Empfehlungen? Oder habt ihr überhaupt noch was an Empfehlungen? Empfehlt mir mal gute PlayStation-5-Spiele. PlayStation-5-Spiele ist schwierig. Ich spiele gerade ein PlayStation-4-Spiel tatsächlich aus 2018. Cass, was spielst du da? Detroit Become Human. Das war eigentlich auch relativ beliebt vor ein paar Jahren. Und ich bin jetzt erst drauf gekommen, weil es ist, glaube ich, kostenlos bei PlayStation Plus oder in den Januar angeboten. Irgendwo gab es das kostenlos gerade. Deswegen habe ich es mir runtergeladen. Und das macht viel Spaß gerade. Und das ist eine Abwechslung zu COD. Da werde ich manchmal ein bisschen sauer. Und außerdem hakt das sowieso. Kann ich nicht empfehlen. Das hakt aktuell extrem, seit die irgendwie ein neues Update hatten und so weiter und so fort. Deswegen habe ich mich da so ein bisschen zurückgezogen und spiele jetzt das Spiel aus 2018, was ein PlayStation-4-Spiel ist. Aber nichtsdestotrotz sehr gut. Aber ja, PlayStation-5-Spiele bin ich auch auf der Suche. Also ... Habe ich leider auch ... PlayStation-5-Spiel habe ich auch keinerlei Empfehlung. Nein. Nee. Also ich ... Ein bisschen Fernsehen gucken. Oder sag du erst mal. Ich spiele gerade eben Farming-Simulator auf der PlayStation, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das kein Spiel ist, womit ich euch dahinter im Ofen hervorlocken kann. Von daher leider keine Empfehlung. Sorry. Coole Sache. Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Bei mir ist es halt so, was ich jetzt gerade oft wieder mache, ist, dass ich halt irgendwie Switch zocke. Das macht mir großen Spaß. Da habe ich jetzt auch endlich mal diesen Online-Modus dann kennengelernt, dass ich dann auch online gegen andere mit hier Mario Kart spiele und so. Das macht schon großen Spaß. Das ist schon echt geil. Aber irgendwie die PlayStation 5, ich warte noch auf das Spiel, was mich begeistert. Das ist das Spiel. Ja, da gibt es aktuell, finde ich, gar nicht so viel. Nee, gerade nicht wirklich. Aber ich glaube, es zögern halt auch alle, weil die PlayStation 5 so scheiße zu bekommen ist. Also du kriegst die ja kaum, immer noch, nachdem die schon ein Jahr lang draußen ist. Und ich glaube, dann zögerst du auch so als Entwicklerstudio deine Spiele rauszubringen, weil halt ja nicht jeder Zugang zu der Konsole hat. Das ist schon ein bisschen ätzend. Ja, zumindest Dinge irgendwie exklusiv zu machen, wird halt an der Stelle einfach schwierig. Also ich glaube tatsächlich, dass das nicht so ganz optimal ist. Ich hoffe so ein bisschen auf Elden Ring, was ja kommen soll, was ja so ein Fantasy-Ding ist. Aber so richtig aktuell vorhanden an guten PlayStation 5-Spielen ist da nicht wirklich was, nee. Das ist schwierig. Liebe Leute, irgendwann ist es soweit. Wenn ihr einen guten Tipp habt, schreibt es uns gerne. Ja, wir sind da alle, wir würden das alle gerne spielen oder nehmen. Dennis, hast du noch was Empfehlungstechnisches? Ich hatte jetzt die erste Staffel von Hawkeye geguckt, auf Disney Plus, glaube ich. Ja, der Charakter ist normalerweise nicht mein Favorit im Avengers-Universum, hat mich aber doch relativ angesprochen. Also es sind nur sechs Folgen gewesen und jede weniger als eine Stunde. Also war unterhaltsam. Also wer gerne sowas Marvel-mäßig, Avengers etc. schaut, der kommt auch, denke ich, auf seine Kosten. Kurze Frage, blickst du da noch durch? Also hast du dir alle Folgen und Filme angeguckt aus diesem Universum? Weil ich muss ja echt sagen, ich habe so ein bisschen ein Overload, dass es gefühlt nur noch Superheldenfilme gibt gerade. Also ich habe, glaube ich, wirklich jeden verfügbaren Film dieser Reihe gesehen. Man muss sagen, ich müsste sie ja jetzt theoretisch nochmal in der richtigen, es gibt ja da richtige Reihenfolgen und was weiß ich, es sind ja mittlerweile wahrscheinlich 50 Filme, die du in der genauen Reihenfolge schauen kannst. Ja, nicht nur Filme, sondern auch Serien. Also es gibt ja jetzt auch die ganzen Serien, die du ja auch in der chronologisch richtigen Reihenfolge gucken musst. Also das ist tatsächlich komplex, das Thema. Sehr aufwendig, sehr wahnsinnig und man verliert hier sehr schnell den Überblick. Man wundert sich dann manchmal, warum manche Charaktere noch da sind, manche nicht. Ja, damit muss man leben leider. Also Marvin, ich bin da schon, ich kann deinen Einwand sehr gut nachvollziehen. Also es ist sehr überladen teilweise, aber im Moment macht es noch Spaß. Die Sendung war kurzweilig. Das ist eigentlich, ich habe momentan eh nicht so den, ja die Zeit, dass ich sage, wow, jetzt will ich mir hier mal eine lange Sache reinziehen und da war das mit den sechs Folgen eigentlich ganz, ganz schön. Okay, cool. Na gut. Aber mehr Empfehlungen habe ich nicht tatsächlich. Ja, ich habe da auch nicht wirklich was, wie gesagt, ich habe Landwirtschaftssimulator gespielt. Das ist wahrscheinlich eher wenig was für euch. Falls doch kein, falls jemanden das interessiert, ich kann es als Spiel an sich empfehlen auf der Playstation. Es macht Spaß, aber es passiert halt nicht viel. Man fährt halt mit dem Traktor übers Feld. Was ist das dann? Landwirtschaftssimulator 22? Ja, also, okay, gut. Genau. Cool eigentlich. Gut, schön. Ich glaube, es ist ein perfektes Ende für diesen Podcast. Ja, nehme ich mit meinem Apfelwein Cola und fahre übers Feld mit dem Traktor. Gut. Jeder wählt sich das frei aus. Ich sage ja, ich kann mich davon nicht begeistern. Versuche ich es gar nicht. Cool. Sehr cool. Mich hast du schon begeistert, ja. Ah, siehste. Immerhin. Immerhin. Prima. Gut, dann haben wir doch damit auch sehr erfolgreich die erste Sendung des Eintracht-Podcasts im Jahre 2022 geschafft. Auf jeden Fall vielen Dank an alle, die heute live zugehört haben oder die das Ganze jetzt dann danach die Konserve hören. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Und wie am Anfang erwähnt, freuen wir uns wahnsinnig über finanziellen Support, um dieses Projekt hier am Leben und am Laufen zu halten. Auch in diesem Jahr erneut. Und ja, entlassen euch in diese zweite Januar-Restwoche und hoffentlich ein schönes Fußball-Wochenende. Und dann werden wir in der nächsten Woche über Tore und hoffentlich viele Punkte gegen Augsburg sprechen und auf die nächsten Gegner schauen. Bis dahin, macht's gut. Oh. Ey. 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 Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey.